Hallo, hallo, hört man mich? So, Musik ein bisschen leiser machen. Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen. Keine Ahnung was mit Streamlabs passiert ist. Herzlich willkommen, ich hoffe ihr seht mich und es funktioniert, hoffentlich. Hallo, hallo. Are you a wizard? Sure. Herzlich willkommen an alle. Ripperino, nein, wir starten, wir legen los. Ich hoffe euch geht's gut, alles okay. Ich hoffe bei euch ist alles gut. Herzlich willkommen im Stream, wir starten, wir legen los. 17 months, how are you? Chili, thank you so 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 much for your resub. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. And welcome to the stream. Hello, hello, 17 months. Is it loud? Du bist leiser. Mach mal ein bisschen den Stream lauter. Ich mach halt das ganze Hintergrundzeug leiser. Ich hab halt mich als lautestes eingestellt. Ähm, ich hab jetzt den Rest leiser eingestellt und nicht lauter gemacht. Jetzt könnt ihr den ganzen Stream mal lauter machen. Sagt mir, ob's besser ist jetzt. So, wie ihr seht, ich hab ein neues Overlay. Ja, I know, I know, I know. Sir Glauco, wieso? Zum Testen, wahrscheinlich, Sir Glauco. Er weiß ganz genau, es ist zu laut. Und er macht's extra rein. Aber das ist gut. Zum Testen ist okay. Hört jetzt auf! Der Sir Glauco hat schon getestet. Dragonhold, hört auf. Also, ich muss mir die Namen aufschreiben. Wer das jetzt zu gut kommt, ne? Wie, jetzt war leise. Ist es zu laut? Oder geht's? Mach mich einfach, also mach den ganzen Stream ein bisschen lauter. Ich hab jetzt, ähm, das ganze Hintergrundzeug ein bisschen leiser gemacht. Genau. Ein neues Overlay. Wie ihr gemerkt habt, das ist gerade noch alles ein bisschen so, bei mir ein bisschen durcheinander. Also, Overlay ist neu. Ähm, und Belichtung ist neu. Und, ähm, Stream, ich hab, ich, ich hab euch ja gestern erzählt, dass alles so ein Update gemacht hat. Also, OBS hat ein Update gemacht. Ähm, Streamlabs Chatbot hat ein Update gemacht. Und so wie OBS jetzt momentan ist, nach dem Update, kann ich nicht mehr mit OBS arbeiten. Also, ich will so nicht mehr mit OBS arbeiten. Ähm, man kann's nicht mehr mehr, das Fenster minimieren. Es war super schlecht, was sie gemacht haben in den Update. Jetzt hab ich heute echt hart gearbeitet. Sicher zwei, drei Stunden. Und ich hab mein ganzes Overlay neu eingerichtet in, äh, Streamlabs OBS jetzt. Nicht mehr OBS Studio, wo ich vorher hatte, sondern jetzt Streamlabs OBS. Ich teste jetzt den Stream auf Streamlabs OBS. Und es kann sein, dass es deswegen abgestürzt ist. Ich, ich teste es jetzt mal. Vielleicht ist Streamlabs OBS nicht so gut. Ähm, im schlimmsten Fall kann ich dann immer noch mit OBS einen Stream machen. Also, mit dem, was ich vorher hatte. Aber ja, sie streamt, äh, jetzt streamt Brasiliener. Wer ist Brasiliener? Die Neue. Nee, ich werde niemals Brasiliener heißen. Niemals. Niemals. Mein Name ist Leera. Niemals. Ich weigere mich. Ich glaube, dass ich gesagt habe, frische Rust, äh, ähm, irgendwie. Ja, also ich hab alles neu heute eingestellt. Ich hab echt, äh, sag dir, thank you for your host. Ich hab echt, äh, stundenlang jetzt gearbeitet heute. Und hab alles rübergebracht auf, äh, OBS, Streamlabs OBS. Und, ähm, alles auch nochmal frisch gemacht. Also, ja, die, die Soundcommands, also die, die, die Donation. Und so, ich hab versucht, ein bisschen so, mich ans Alte zu halten. Nicht komplett alles zu ändern. Aber, ja, es hat ein paar neue Sachen dabei. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie es funktioniert. Ich hab den Stream angemacht, direkt ein, äh, ein Freeze gehabt. Also, so ein, ein Absturz. Ja, mal gucken. Schauen wir mal, wie es läuft, ne? Wenn es jetzt nochmal abstürzt, dann müssen wir halt mal gucken. Äh, im Notfall machen wir mit Streamlabs OBS. So, ich wollte euch noch etwas zeigen von gestern. Ganz, ganz wichtig, wenn wir zurück in die Story kommen. Ähm, gestern, bevor das ich ausgemacht habe, finde ich, gab es eine ganz wichtige Cotscene für das Game. Und das Game ein bisschen zu, besser zu verstehen. Und diese Cotscene, die würde ich, würde ich euch gerne noch einmal zeigen. Also, der Stream von gestern. Einfach nur kurz die Cotscene, weil ich finde, das ist eine sehr wichtige Cotscene. Und das war spät in der Nacht. Ich glaube, das war etwa 3 Uhr morgens. 2, 3 Uhr morgens. Ähm, ja. Meine Idee wäre halt, dass ich dann, ähm, euch das nochmal kurz zeige, für die, die es verpasst haben, diese Cotscene. Cotscene! Äh, klar, komm. Cotscene! Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke, Dragonhold. Danke, danke. Wie geht es dir? Lehrer immer am abstürzen. Schlimmer aus der Hex. Wieso abstürzen? Das Einzige, was ich trinke, ist Fokuswater. Ich bin nicht am abstürzen. Das war Streamlabs OBS. Wie schreibt man das? C-U-T-S-C-E-N-E. So. Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's gut, vor allem Jedi. Wie geht es dir? Auch alles gut? Hey, wieso steht bei dir ein First vor dem Namen? Warst du der erste Abonnent? Mein allererster Abonnent deswegen, oder was? Nein, ich hab gesagt C, nicht Z. Ich hab C gesagt. S-C-E-N-E. C, nicht Z. So, also, Leute, ihr wisst Bescheid, wenn's abstürzt. Ihr wisst Bescheid, ne? Versuchen wir's mal. Ich hoffe, es geht auch ohne Abstürze. So. Live-Scene. Gut. Das hat schon mal funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, ob ich euch das zeigen kann, ohne dass es abstürzt. Ich mach Bildschirmaufnahme hinzufügen. Okay. Gut. Fertig. Gut. Das passe ich kurz an. Transformieren. Am Bildschirmrand. Anpassen. So. Okay. Jetzt. Das ist noch mein Hintergrundbild. So. Also. Ich hoffe, ihr seht das alles. Ich muss mal kurz schauen, dass ich noch den Chat aufmache. So. Wo war denn das? Ich hab's mir aufgeschrieben. Ganz, ganz wichtige Kotzchen für die, die es... Den Sound können wir jetzt ausmachen. Für die, die es besser verstehen wollen, die Story. Das war bei... Ich hab's mir aufgeschrieben. 4,42. Bevor, dass wir mit dem Game starten, will ich euch diese Kotzchen nochmal zeigen. Ich glaub, die... Es könnte sein, dass die ziemlich wichtig ist. Das ist von gestern. Ich mach kurz noch mein eigenes Gesicht weg. Ich glaub, das ist sonst ein bisschen too much. Webcam. Chatbox. So. Okay. Also. Ich hoffe, ihr seht das. Seht ihr das jetzt? Ich... In meinen Augen eine wichtige Kotzchen. Und auf einmal so an den Leuten... Okay. Ich hab's mir aufgeschrieben. Okay. Was denn? Laut fixe Schubsen. Nein, Timing. ich danke dir ganz herzlich für deinen resub das timing war schlecht aber trotzdem danke dir ganz herzlich für deinen resub vielen lieben dank und herzlich willkommen im stream so schauen wir uns das noch einmal an also wir müssen uns das noch mal anschauen wir wurden kurz unterbrochen leute wenn ihr gerade irgendwie subscriben wollte oder irgendwas wartet kurz ab okay bitte wartet aber laut pixel schubser vielen herzlichen dank und danke für die grüße grüße gehen auch an dich grüße gehen auch an dich raus so also gestern sind wir hier stehen geblieben gestern sind wir hier stehen geblieben wie der vater so der sohn du bist es der damals sterben hätte sollen okay diese szene die müssen wir uns nicht mehr so genau anschauen eigentlich die müssen wir uns nicht er macht nichts laut pixel schutzte kein problem also diese szene ist jetzt nicht so wichtig aber einfach das was gesagt wird und was passiert so okay das war es eher weniger das gemetzel ich mache jetzt das wieder aus hier display capture so eher weniger das gemetzel aber vielmehr was gesagt wird so der wie der vater so der sohn du hättest damals sterben sollen auf das bin ich gestern nicht angegangen auf das bin ich gestern nicht eingegangen wer weiß wer was damit gemeint ist wo ist amadeus amadeus kommt ein bisschen zu spät hat er gesagt und ich soll dir ausrichten was soll ich dir ausrichten ich habe es vergessen ich soll dir ausrichten vom amadeus richtig edel aus dass er stinkt danke hat er mir gesagt und ja er kommt ein bisschen später so also gut wie der vater so der sohn du hättest damals sterben sollen und dann will er mich also die die person wo wir spielen will er umbringen und der wird dann gerettet von einem typen mit dem zylinder der wird dann von dem gerettet mit dem zylinder ich denke ich denke das hat mit der story zu tun wenn wir uns ein bisschen genauer überlegen der typ mit dem zylinder am anfang von der story hat er gesagt dass sein großvater immer ein zylinder an hatte ich will jetzt nicht spoilern leute ich weiß nicht wie es rauskommt ich habe keine ahnung aber ich habe eine vermutung anhand von dieser szene der großvater hatte immer so ein zylinder an und der was er macht der großvater ist es ihn zu retten vor dem der ihn umbringen will oder also der willen umbringen und dann wird er gerettet von dem typen mit dem zylinder von dem mann mit dem zylinder ich glaube diese person könnte irgendwas mit seinem großvater zu tun haben könnte sein großvater sein oder irgend so eine beschützerfunktion irgendwas ich glaube diese person der mit dem zylinder der ist gar nicht böse ich glaube der also am schluss von der szene was passiert das bild verschwindet aber was aus dem mann passiert dort in diesem gasthaus oder was auch immer wissen wir nicht er wird irgendwie ohnmächtig oder irgendwas aber ich vermute dass der mit dem zylinder in eigentlich beschützen will und irgendwas mit seinem großvater zu tun hat sein großvater hat ja auch immer diesen zylinder an und der andere typ der in umbringen will wo sagt ja so der vater so der sohn oder vater vater nicht großvater sorry der der ihn umbringen will aber dann umgebracht wird ich glaube das ist einer der in der mine gestorben ist das hat glaube ich alles mit der geschichte von der mine zu tun bei der mine dort ist ja ein unfall passiert und einer ist gestorben der andere ist glaube ich davon gekommen oder so ich glaube der der davon gekommen ist ist glaube ich der vater und dann sagt er ja da dein vater hätte steuern sterben sollen also dein vater hätte eigentlich in dem unfall sterben sollen bei dieser mine nicht ich und da will er sich wie rechnen am sohn weil so so der vater so der sohn wie der vater so der sohn das ist was ich mir noch überlegt habe was ich noch zu dieser szene dazu sagen wollte das wollte ich noch hinzufügen zu dieser szene aber ich lege dafür meine hand nicht im feuer ins feuer ich will nicht spoilern oder irgendwas ich habe keine ahnung wie das rauskommt ich spiele das spiel zum ersten mal aber das war mein gedanken wo ich zum ersten mal diese szene gesehen habe und ich habe mich daran erinnert dass ich gar nicht gestern in dem stream noch darauf eingegangen bin ich finde das ist eine wichtige kotzin die war gestern ganz am schluss noch vom stream bevor dass wir dann schlafen gegangen sind also ziemlich am schluss ich glaube das zweitletzte kapitel oder so deswegen fand ich ich zeige euch das noch mal und dann können wir gut hier einsteigen mätselt der andere voll mit der machete aber er ist gar nicht böse er mätselt aber den runter der uns umbringen will also er beschützt uns eigentlich vor dem deswegen ich glaube das ist der vater oder irgendwie der geist des vaters oder irgendwas eine verbindung mit dem vater hat er weil er hat auch den zylinder an wo der vater immer an hatte ja so herzlich willkommen zurück killer profi hallöchen herzlich willkommen zurück schön schaust du wieder mal vorbei so also so fein fein geil system day absolut absolut das war dieses also das das runter metzeln das war nicht unbedingt das was ich zeigen wollte aber alles andere ja okay gut machen wir weiter würde ich mal meinen machen wir weiter wir haben ja jetzt genug gelabert unser ziel ist es fertig zu werden mit dem spiel wobei ich denke wir werden heute nicht fertig wir sind bei kapitel 6 von 14 anscheinend 14 oder 15 kapitel und ich habe morgen uni das heißt ich kann nicht bis alle nacht durch machen so machen wir weiter let's go leuchtet aus leuchtet aus licht aus da sieht man mich ja gar nicht ich kann auch kem ausmachen schalten sie die lichter aus ich habe so oder so angst ob lichter da sind oder nicht ob lichter da sind oder nicht habe ich so oder so gleich angst also bei mir macht keinen unterschied man sieht mich einfach nicht richtig ich habe sowieso also ich habe normalerweise lichter im ganzen im ganzen zimmer an und die lichter die sind aus das einzige licht was anders ist das licht von meinem stream dass ihr mich sehen können das ist eine beleuchtung die ihr mich sehen könnt damit ihr mich steht aber die der rest des zimmer ist eigentlich dunkel ich muss morgen auch wieder früh raus ja die meisten glaube ich also der richter hat versucht mich zu erwürgen er hätte erfolg gehabt wenn er nicht der mann mit dem zylinder und der maske geht wenn nicht der mann mit dem zylinder und der maske gewesen wäre er hat norton den richter von meinen augen getötet hat ihm die kehle durchgeschritten es sah aus als versuchte er mich zu retten aber weshalb eins zu eins eigentlich das was wir vorher gesagt haben eins zu eins eins zu eins was wir gesagt haben es sah aus als versuchte er mich zu retten eins zu eins so okay er ist Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sind wir jetzt in diesem Gasthaus? Ich glaube, wir sind wieder in diesem Gasthaus, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich weiss, wer Fallen jede ist. Wenn die Lera die Lichter ausschaltet, ist sie nachher immer noch gleich hell wegen ihrer Ausstrahlung. Erdir, bitte bitte deine Schuhe anziehen, damit du nicht auf der Schleimspur ausrutschst. Du kannst nachher nicht mehr pennen, ich kann mir gerade die Nacht durchmachen. Ich habe ja gestern auch gepennt, nach dem von gestern. Und gestern ist ja der Jumpscare von meinem Leben gekommen. So, Bonus Level 70. Ich bin online Level 47. Ich weiß nicht, von was ihr redet. Also, soll ich jetzt die Lichter ausmachen? Ja oder nein? Für mich spielt es absolut keine Rolle, kein Unterschied für mich, ob die Lichter ansehen. Es geht nur darum, ob ihr mich seht oder nicht. Weil bei mir im Hintergrund alles ist dunkel. Es ist nur das Licht, was scheint, ist das Licht vom Stream, damit ihr mich seht. Ja, es sieht so hell aus, weil es eben die Cam beleuchtet. Die Cam ist beleuchtet, deswegen sieht es so hell aus. Ich rede von Red Dead Redemption 2 online. Ah, nicht schlecht. Besser so. Besser so. Ich habe gestern nur ab und zu in, aber ich glaube, der macht auch kein Jumpscare. So süß. Also, lesen. Richter John Norton, Alter 49, Größe 180, zuletzt gesehen 26 August 1854 im Blackstone. Walter Gilman, derzeit die Bodenhafte in Blackstone in Zimmer Nummer bla bla bla. Kann man das drehen noch, rotieren? Nichts hinten drauf. Wer war dieser Gilman? Warum war er auf der Suche nach Norton? Hatte er kein Vertrauen in den Sheriff? Leute, seht ihr das da oben auch bei mir? Dieses Overlay hier? Seht ihr das auch? Voll komisch. Ich hab hier so ein Overlay, als wäre ich am Stream irgendwie. Wie kommst du denn drauf, dass ich bin Bro-Man? Dass ich es bin, das hast du mir gesagt. Was hast du mir gesagt? Heißt das nicht, Kekse? Kekse, schauen dich gerade an oder beobachten dich gerade. Biskuits sind doch Kekse, oder nicht? Lustigerweise habe ich von Kekse geträumt diese Nacht. Lustigerweise. It is perfectly fine to be... Das kann ich nicht lesen. It is perfectly fine to be... ...of your mind. Just never lose it. To be... Was? Cut... ...of... Cut... ...of... Biskuit-Teig. Hey, DJ American. Herzlich willkommen. Ich hab von Kekse geträumt. Und er kommt so etwas. Was? Ich finde den Raum, der sportiert. 207. Also 200... 207. Raum 207 ist wahrscheinlich... What the fuck? Ist wahrscheinlich im zweiten Stock. Hey, hör auf, hier den Möbel anzuschmeißen. Da kann ich nicht durch, okay? Was klingt denn hier so? Ich schmeiß einfach was zurück. Ich schmeiß einfach ein altes Buch zurück. Da, nimm. Nimm! Du, wo mir den blöden Schrank hier angeschmissen hast, schmeiß ich dir ein altes Buch zu. So, also. 106, ja eben. Wir müssen einen Stock rauf irgendwie, glaube ich. Ah, das können wir auch machen. Wie war das nochmal? Schütteln mit linker Maustaste. Scheiße! Was für Kekse hast du geträumt? Cookies, die mag ich am liebsten. Da ist aber nicht was da hinter dem Schrank, oder? Das sieht nur so aus. Wer... Wer... flüstert da denn die ganze Zeit? Hört ihr das Flüstern auch? What? Ich muss, glaube ich, dann bald das Fenster hinter mir zumachen. Es ist ziemlich kalt. Es zieht hinter mir. Kann man das ziehen? Aus dem Weg ziehen, by the way? Wenn wir schon bei Zielen sind. Okay, wir büsten in diese Richtung, wo mir der Schrank angeschossen worden ist. Was flüstert denn diese... Person? Ist zu? Es gibt mir gerade irgendwie Flashbacks und Layers of Fear, ey. Da, wo man die Türen auch so aufmachen muss in den Gang. Ich bin nicht alleine. Nein, bist du nicht? Da flüstert die ganze Zeit irgendein komischer Typ dir ins Ohr. Ah, hier ist eine Karte. Da sind wir gerade, wo so ein Pfeil eingezeichnet ist. Okay, aber ja, das sagt uns, dass der Raum, wo wir suchen, ist nicht da unten. Wie gesagt, im zweiten Stock. Wie gesagt, der Soundeffekt erschrocken, ich habe gar nichts gesehen. Oh nein. Okay, what? What? What the fuck? Red Dead Redemption 2 Online nichts für dich? Doch, eigentlich schon. Aber ich habe momentan andere Spieler, deswegen kommt es ein bisschen zu kurz. Gisela, wie geht es dir? Alles klar bei dir? Hallöchen. Herzlich willkommen, Gisela. Adel flüstert. Adel, bereit. Hör auf zu flüstern. Hör auf damit, Adel. Wir brauchen keinen Lauchgeflüster. Dem ist es nicht verborgen, was nicht offenbar wird. Auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Okay, toll. Nichts verstanden. Ich frage mich, was eigentlich genau passiert ist mit diesem Soundeffekt. Vielleicht will ich es gar nicht wissen, was das war, was mich so erschrocken hat. Ich weiß gar nicht, wieso, dass wir hier durchlaufen. Eigentlich müssen wir in den zweiten Stock. Oh Gott. Kann der mal aufhören, hier rumzulaufen? Preis. Wir müssen hier hoch. Hier ist das Treppenhaus. Deswegen, deswegen sind wir hier. Wir suchen ein Treppenhaus, wie wir in den zweiten Stock gehen können. Hallo? Kannst du mir das Zimmer 208 zeigen? The fuck? Wart mal. War hier nicht gerade ein Bild? Ah, das war das hier. Okay. Never mind. Who is this? Hey, sie bin hier. Oh, es ist so Dave. Hättest du dich fast auf den Sessel gehauen? Mich auch. Aber weißt du, was ist das Schöne? Wir sind alle gemeinsam hier. Wir sind alle gemeinsam hier. Wir sind alle gemeinsam da. Gegen uns alle hätte er keine Chance. Ja? Das hilft mir eben immer. Ich denke mal, Lera, du bist nicht allein. Muchacho, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Muchacho. Muchachino. Ist am Stissel. Okay. Hä? War ich zu blöd, die Tür aufzumachen vorher, oder was? Schön alle... Schön alle... Oh, what the fuck ist das? Kerzen anmachen. What the fuck ist das wieder für ein Kapitel, Mann? Ohne Witz, das macht mir so Angst die ganze Zeit. Oh Gott. Ihr seid minimiert im Fenster. Ich bin nur am Zuhören quasi an ASMR. Keine Ahnung, ich würde nur nicht drehen. Das ist... Ich würde gerne heute wissen, was abgaut, oder? Guten Abend. Siehst gut aus, so knuddelig. Dankeschön, Erzengel. Herzlich willkommen. Guten Abend auch an dich. Wie geht's? Wie steht's? Ich hatte gerade Gänsehaut überall vor Angst. Hallelera, siehst heute mal wieder schön aus. Danke ich Ihnen. Vielen lieben Dank. Darüber alle herzlich willkommen. Guten Abend auch an dich. Also, System Dave, ich könnte das nicht nur Soundtrack hören. So, also, verehrter Mr. Hyde. Hyde. Hyde war einer von denen, die in der Mine gestorben ist. Der Mr. Hyde ist, glaube ich, in der Mine gestorben oder ist davon gekommen. Eins von beiden. Meine Frau und ich hatten uns erhofft, eine angenehme und entspannte Woche in ihrem Etablissement verbringen zu können, so wie sie es in ihren Broschüren angepriesen haben. Der Wald bietet in der Tat ein beruhigendes Ambiente und lange Spaziergänge bei frischer Bergluft und sind sicherlich von Vorteil für die Gesundheit. Leider ist dies bereits das volle Ausmaß des Lobes, das ich anbieten kann. Und auch dann schreibe ich diese Worte nur aus Gründen der Höflichkeit. Jede einzelne Nacht spuchte ein gestörter Balk durch die Gänge des Gasthauses, lieb wild umher, lachte hysterisch und klopfte wiederholt an die Tür. Ich versuchte mehrmals, ihn zu packen und ihm Manieren beizubringen. Aber was? Wirklich jetzt? Und ihm Manieren beizubringen? Aber er schafft es wieder und wieder, mir zu entwischen oder sich irgendwie zu verstecken. Es war offensichtlich, dass er jeden Winkel des Hauses kannte. Ich kam erst am Tag unserer Abreise, als ich ihn in ihr Büro betreten sah, zur Erkenntnis, dass dieser kleine Misskerl nicht etwa das Kind eines ihrer Gäste war, welches ihn in unaufsichtigen Augenblicken die anderen Gäste belästigte. Nein, es handelte sich um ihren eigenen Sohn. Wenn sie nicht in der Lage sind, ihr eigenes Kind im Zaum zu halten und es ihm erlauben, den lange ersehnten Urlaub ihrer Gäste zu ruinieren, sind sie sicherlich mehr als ungeeignet dafür, einen Gasthof zu betreiben. Seien sie versichert, dass ich all meine Bekannten über diese unerhörten Vorkommnisse unterrichten werde. Ich erfreue mich in Providence einer gewissen Bekanntheit und dass meine Frau und ich in Zukunft einen weiten Bogen um ihren Gasthof fahren werden. A.S. Abel. Okay, das klingt nicht so überzeugt. Ich liebe das Spiel. Ich bin mega gespannt, Domerle. Hast du schon durch? Hast du schon durchgespielt? Ich kann mich nicht daran erinnern, je etwas derartiges getan zu haben. Weshalb sollte ich die Gäste belästigen? Ich war mir sehr bewusst, dass ich tagelang in der Dunkelheit eingesperrt werden würde, wenn ich so etwas tun würde. Hm. Okay. Das klingt wie die Wörter vom Sohn von Mr. Hyde. Als wäre er der Sohn, ne? Junge, hey, aber da ist gerade etwas hochgeklettert. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Wieso klettert denn hier so in irgendein Ding, wo wir keine Ahnung haben, was es ist, die Fenster draußen wurf. What the fuck ist das eigentlich? Waren wir hier? Das ist, glaube ich, Teil des Zimmers, nicht wahr? Wir müssen ins Zimmer 208. Wo ist das Zimmer 208? Da war noch irgendwo ein Lageplan, ne? Da ist es sicher nicht. Das ist das Treppenhaus. So. Ähm. Wir sind gerade hier. Ich verstehe den Pfeil nicht. Aber das heißt, warte mal, Treppenhaus sind wir gerade hoch. Gang vom Treppenhaus, okay. Da müsste es eigentlich auf der rechten Seite gegenüber sein, jetzt von uns, ne? Eigentlich müsste es... Eigentlich müsste es das hier sein, oder nicht? Oder das hier? Verstehe ich gerade nicht. Ein bisschen weiter rechts. Also, laut dem Plan, ein bisschen weiter rechts auf der gegenüberliegenden Seite. Also, das, was wir vorher versucht haben, aufzumachen. Vielleicht kommen wir irgendwie anders dort hinein. What the fuck? War das jetzt vom Stream, oder war das... Das war vom Spiel, oder? What the fuck? What the fuck? Habt ihr das gehört? Oh mein Gott! Schön, ich habe eine Nummer über der Tür. Ah! Du hast recht. 210 eben. Dann sollte das hier 208 sein, wo ich vorher gesagt habe, ne? Ja, genau. Das ist eine 208. Aber wir kommen hier nicht rein. Wir müssen irgendwie hier reinkommen. Oh mein Gott! Was war denn das für ein komischer Soundeffekt? Ich bin mir die Heikse. Nein, nein! Der Stream gefällt mir jetzt schon, wenn du so schreckhaft bist. Ich bin unglaublich schreckhaft, ja. Ich bin unglaublich schreckhaft. Aber jetzt frage ich mich gerade wirklich, wie wir in dieses Zimmer kommen. 208. Zimmer 208. 208. 208. Finden wir hier irgendwas? Vielleicht in dieser Kiste oder so? Hm. Haben wir unten was übersehen? Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen... Außenrum können wir nicht, ne? Da ist kein Balkon oder so. Da wäre ein Balkon. Aber das kann man nicht aufmachen. Haben wir echt was übersehen? Soll ich jetzt wieder runter? Cinderella, what the fuck? What? Then don't do it again. Ah, da ist was. What? What? What the fuck? What the fuck? Wie soll ich denn dort hinkommen? Kann man das aufmachen jetzt? Licht an. Irgendwo noch eine Kerze, wo ich Licht... Hä? Die Tür... Die Tür ist auf einmal zu. Ich kann hier nicht mehr raus. Da ist ein Koffer. Ich kann hier nicht aufmachen, okay. Alles zu? Alles zu? Ah, da ist ein Loch am Boden. Okay. Ich muss hier runter. Da ist... The fuck ist das... Was zum Geier ist das eigentlich? Hey, wie viele Jumpscares kommen eigentlich noch? Was zum Geier ist eigentlich in diesem Haus los? Was ist eigentlich in diesem Scheißhaus los? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Lass mich raus. What the fuck ist mit diesem Haus los? Alle... Alle paar Sekunden... Im Jumpscare wollen die mich eigentlich umbringen? Ich habe von allem schon genug. Von allem Jumpscare. Das sieht aus wie das Zimmer von dieser Frau. Was ist das? Ja, aber klopft es. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Spiel ist oder nicht. Hat das von draußen geklappt? Vom Fenster? ESL Match. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg, Fatscourtman. Natürlich, Spaß steht an erster Stelle. Auch ganz, ganz viel Erfolg für dich. Wieso habe ich das jetzt eigentlich getan mit dem... Kann man jetzt hier raus oder nicht? Hilfe! Hilfe! Bitte! Bitte schön! Kaum lässt man sie allein im Zimmer, schmeißt die Stühle durch die Gegend. Ja, also bitte! In so einem Haus, da kenne ich nichts. Wirklich. Da kenne ich nichts in so einem Haus. Da muss ich absolut los. Absolut. Ich verstehe nur gerade nicht, weshalb... Weshalb, dass wir hier... das jetzt umgeworfen haben, das jetzt umgeworfen haben, das... Ah doch, jetzt verstehe ich es. Wir können jetzt hier hoch... Auch wenn wir... Wenn jetzt wieder ein Jumpscare kommt, ich schwöre. Ich wünsche dir... ich liebe zu lesen in diesem spiel weil dann weiß ich ich bin mal für ein paar sekunden safe ein bisschen louder please sure sure it's just because everyone said that i have to turn it off uh it was too loud the game effects that's that's why it's so it's not loud enough it's a bit a bit louder now i hope it's enough better like that joe dragon heart mach's gut ich halte die große aber wenn du mal stecken bleibst stecken bleibst kann ich ihr gerne helfen kennt das spiel recht gut domerle aber das spiel ist ja erst mal rausgekommen hast du das schon ein paar mal durchgespielt es ist ja noch nicht so lange draußen oder hey wahnsinn wirklich absolut wahnsinn dieses spiel das macht mich wahnsinnig die erste von den patienten herausgegeben der zeitschrift gedichte geschichten interviews artikel september oktober 1850 eine zeitschrift die für für und von patienten einer psychiatrischen klinik ist also wir sind in einer psychiatrischen klinik glaube ich so in vielen solchen einrichtungen wagen patienten ist nicht einmal von solchen anwendlichkeiten zu treiben stattdessen bekommen sie schweinefutter und werden an ihr bett gefesselt viele von ihnen überleben den aufenthalt nicht und die die es tun sind nicht nie wieder wirklich freie menschen man sollte es das großes glück ansehen jemals aus solcher aus einer solchen einrichtung heraus zu kommen hätte das geflüsse im hintergrund war schon zweimal durch habe seit zwei jahren darauf gewartet wie süß das ist voll durchgezockt jetzt geil egal wie viele kapitel hat es 14 oder 14 oder 15 leute ich mache ganz kurz das fenster zu hinter mir weil es sieht ziemlich stark okay es ist ziemlich stark anziehen ich bin gerade wieder da ich habe schon einmal thematisiert wenn ich das nicht ausmache da seht ihr einfach nichts bei mir macht nicht einen großen unterschied also bei mir macht kein großer unterschied ihr seht dann einfach mich nicht wie ihr wollt ich kann das licht auslassen das ist das 1 das ist einfach das stream licht hinter mir ist sowieso alles dunkel ich habe nur jetzt das licht das scheint hier bei der cam damit ihr mich seht das einzige ist das licht für den stream ich kann das schon auslassen aber da seht ihr mich einfach nicht aber für mich ist es gleich dunkel das habe ich schon mal thematisiert eben ihr das einzige was ihr damit macht ist dass ihr mich dann nicht seht mir ging es um dein feeling ja ich für mich ist es genauso dunkel ich hatte vorher auch schon die lichter aus bei mir im zimmer so also ich kann sonst das pc licht an machen das ist ein bisschen heller ein bisschen ein bisschen ein bisschen weniger hell als das stream licht das kann ich sonst machen wenn ihr wollt damit es ein bisschen ein bisschen ein bisschen damit ihr wenigstens bisschen was erkennen könnt das ist das lege von meinem pc so gut eine zeitschrift die für und von das habe ich schon gelesen gut dann nehmen wir das mit cool das heißt wir sind hier wahrscheinlich in einer psychiatrie das sieht schon ziemlich schlimm hier aus das sieht schon sehr 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 schlimm hier aus und einmal ist das blut hier mal ein bisschen realistisch in den anderen szenen fand ich das blut nicht so realistisch wieso soll ich denn hier schneiden ich verstehe das gar nicht einfach damit ich raus kann oder was jetzt ist es wahrscheinlich kaputt oder die säge jetzt soll ich sind zimmer 20 das ist das zimmer 208 oder jetzt stand irgendwas mit zimmer 207 das ist zimmer 209 das ist bestimmt zimmer 207 ja das ist da wo der typ durchgeschaut hat das genau da wo wir vorher der typ durchgeschaut hat ich bin jetzt nur schon ihr ihr werdet die jumpscares weniger sehen weil es so ein dunklen ist aber ja das ist da wo der typ vorher durchgeschaut hat durch den türschlitz was hier was hier war ich habe war ich habe Von wem redet er denn überhaupt? Welche poor soul? Ah, der Typ hier. Muss los. Nein, das war jetzt zu viel. Ich gehe, ich gehe raus. Also, wenn sich die Leichten schon in diesem Spiel bewegen, dann muss ich mal einfach raus, okay? Als ob ich jetzt diesen Brief dort nehme, wo bei ihm ist. Als ob... Wie soll man schleimen, weil man sie gar nicht seht? Ja, das ist eigentlich das Gute für mich. Man sieht es nicht, wenn ich Angst habe. Man sieht es mir nicht so an. Als ob... Als ob... Lesen. Mr. Jacob ermahnt mich ständig, ich solle die Finger von der Flasche lasten. Er sagt, ich würde Gespenster sehen, doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinnen. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht in den Wäldern umher, aus den Bäumen halt unmenschliches Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhlen erklingt geheult. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und solle mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie allen Grund dazu, Angst zu haben, wie viele Menschen sind bereits in den Wald gegangen, ohne je zurückzukehren. Gott steht mir bei, da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes oder ich werde heute Abend nicht zur Ruhe kommen. Okay, das scheint ein Wälder zu sein hier. Wing B, 106. Also das ist ein Ort, also wer hat Zugang zum Zimmer 106, zum Corridor, der zum zweiten Flügel des Gasthops führt. Ja, zweiter Flügel, Zimmer 106. Oh Gott. Hör auf, mich zu erschrecken, um Himmels Willen. Hör auf damit. Hör auf! Wieso sehen jetzt alle Lichter aus? Muss ich jetzt außen rum, oder was? Hallo Rolling Rocks, herzlich willkommen! Hallo, hallo, Weso ist broke. Weso kam genau im richtigen Moment, er hat Flasche gehört. Finger von der Flasche lassen, hat er gehört, der Weso. Genau im richtigen Moment ist er gekommen. Flera Bruder, bis wann es dreht. Ja, bis etwa um zwölf Uhr, halb Uhr zwölf Uhr. Weil ich habe morgen Uni. Weso, Sister! Okay. Also wir müssen zum Zimmer 106, ha? Bügel B. Hä? Was ist das für ein Schlüssel? Gewährt Zugang zum Flügel A des Gasthops? Wählen, okay. Gegenstand wurde dem Inventar zugefügt. Eigentlich könnten wir... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Woher kam das? Woher kam das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verdammte Scheiße! Fuck! Fuck! Oh Gott! Ich will aus diesem Haus raus. Ich will aus diesem Haus raus. Was für ein Irrenhaus! Wir rassieren alles, Bro. Als ob. Als ob! Aber ich hätte schon wieder mal Bock auf Blackout. Fix hätte ich Bock. Aber ich glaube nicht, dass es am Abend noch lange nach dem Stream. Wann denn eh hermann? Obwohl ich wusste, dass es kommt, habe ich mich zu Tode erschreckt. Ich bin auch gestorben. Oh mein Gott! Mein Herz! Dieser verdammte Irre hat versucht, mich in die Luft zu jagen. Ich konnte ihn überwältigen und in eines der Zimmers sperren. Möge Gott mit allen sein, die den Flügel B betreten, die den Flügel B betreten müssen. Die Kombination für das Vorhängerschloss ist Anger. Wir müssen den Flügel B betreten, Leute. Wir müssen diesen Flügel betreten. Möge Gott mit allen sein. Da waren, da waren Irre. Dieser verdammte Irre hat versucht, mich in die Luft zu jagen. Ich konnte ihn überwältigen. Und ihn in eines der Zimmer stecken. Anger ist die Zahlenkombination. Aber wir können das eigentlich auch umwerfen. Hier können wir nicht durch, ne? Wenn wir dann wieder nach unten müssen. Aber ich glaube, wir suchen jetzt nichts nach unten. Wir müssen wirklich hier rein. Do not open. Mach die Tiere nicht auf, steht. Leute, was soll ich machen? Soll ich die Tiere aufmachen oder nicht? Da steht do not open. Mit Blut. Ich weiß auch nicht genau. Da steht mach sie auf. Nein, da steht mach sie nicht auf. Just open it. Also Passwort ist Anger. Ich höre Schritte. Irgendjemand rennt. Ich höre Schritte. Irgendjemand rennt. Hört ihr gerade diese Musik? Hallo zusammen. Hallo ASTF. Herzlich Willkommen. Hallo, hallo. Dummes Scheißvieh. Ich will schauen, ob hier was drin ist. Da ist eine Person, oder? Da ist eine Person, oder? Da ist doch eine Person, oder nicht? Hast du noch einen Schlüssel? Hast du nicht noch einen Schlüssel? Ja, ich habe einen Schlüssel, ja. Ich habe zwei Schlüssel gefunden. Einer für Raum 106. 106 B. Und nochmal einer für den A-Gang. Für den A-Flügel. Weso muss ich wieder direkt beleidigen. Ja, Weso und ASTF, das ist, äh, diese zwei, das ist, äh, Liebe für immer. 106, nicht wahr? Dieser Schlüssel. Ja, den Schlüssel haben wir noch. Zimmer 106. Ich höre Schritte. Ich habe gerade Schritte gehört. Waren das meine eigenen? Ich habe Angst, dass ich einmal so einen Schrank aufmache und da springt irgendwas raus. Psychiater, ähm, rotiere, um versteckte Botschaft zu finden. Kurze Zeit vor dem Unfall in der Mine verschlechterte sich die Beziehung zwischen meinem Vater und seinem Partner zusehends. George war oft gereizt, weil das Geschäft stagnierte, wofür er aus unerfindlichen Gründen meinen Vater verantwortlich machte. Manchmal auch mich, ich war vielleicht eine unerträgliche, eine, eine unerträgliche Gör, das lässt sich aber nicht leugnen, doch er bezeichnete mich immer wieder als wahnsinnig. Und meine unschuldigen Zeitvertreiber als, als Geist gestört. Könnte es sein, dass er ein Psychiater den ganzen Weg hierher bestellt hatte, nur um mich loszuwerden oder ging es um einen anderen Jungen? Tust du Strom sparen, Maze Bank? Nein, entweder, entweder ich habe das Licht an, dann fragen mich alle, ob ich das Licht ausmache. Und dann mache ich das Licht aus, dann fragen mich alle, ob ich das Licht anmache. Könnt ihr euch mal einig sein? Oink oink zusammen, Hallöchen Schwein, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Schwein, du bist ein sehr glücklicher Mensch, du hast den schlimmsten Jumpscare des Spiels verpasst. Du bist sehr glücklich, glaubt mir. Ich werde nicht mehr schlafen können diese Nacht. Vielen lieben Dank auch, liebes Spiel, ich liebe dich. So, also, im Psychiater, das Mädchen, der Vater hat immer gesagt, das Mädchen spinnt. Und ihnen ging es finanziell nicht so gut bei dem Unfall, bei der Mine, also nach diesem Unfall. Also, ich finde es, finde so ist gut, mich Beleuchtung, also mit Beleuchtung meinst du? Entscheidet euch, wollt ihr Licht an oder Licht aus? Wer will Licht... What? Ah, what the fuck war das? What the fuck war das? Was? Da war doch niemand im Schrank. Ich habe doch vorher den Schrank aufgemacht, da war doch niemand. What? Hä? Dieses Haus macht mich irre. Dieses verdammte Haus macht mich irre, ich schwör. Da war doch noch niemand. Was wollt ihr? Licht an oder aus? Entscheidet euch bitte. Entscheidet euch. Sonst, schreibt einfach in den Chat, was ihr wollt. Und ich mache dann das, wo die meisten Stimmen hat. Was zum Geier ist eigentlich in diesem verdammten Haus los? Junge, wie viele Jumpscares waren denn das jetzt gerade? Irgendwie fünfmal? Fünfmal habe ich jetzt fast einen Herzinfarkt bekommen. Also, ich habe noch einen Schlüssel bekommen für Gang A, also für Korridor A. Aber hier haben wir nicht wirklich was gefunden, oder? Hier haben wir nicht wirklich was gefunden. Kein Schlüssel oder irgendwas, was uns weiterbringen könnte. Können wir schauen, ob oben jetzt die Türen offen sind. Diese Schrittlol. Das ist jetzt aber ein Bug vom Spiel, oder? Das ist jetzt aber nicht so gewollt. Das sieht lustig aus. Ein Vibratorstuhl. What the fuck? Oh, Mann. Immerhin... Ja, ich sage ja, ein Vibratorstuhl. Immerhin gibt es auch lustige Sachen in dem Spiel. Haben Sie gut gemacht. Ein bisschen Humor. Nachdem, dass ich irgendwie 200, 2000 Mal fast an einem Herzinfarkt gestorben bin. Schauen wir mal, ob die Türen jetzt offen sind. Das wäre Licht. Aus. Aus. Keep it like this. Aus. Okay. Drei aus. Ein an. Ich wollte den Jumpscare sehen aus dem Raum 106. Oh, come on. Du bist ein Arsch. Das Sofa spricht zu dir. Und was sagt das Sofa zu mir? So. Kommen wir hier irgendwie weiter? Türen sind immer noch zu, ne? Ah, vielleicht können wir hier drüber springen. Wie kommen wir denn hier weiter? Da muss doch irgendwas sein, oder nicht? Kann man hier nicht drüber klettern? Ah, vielleicht einen Stuhl hinziehen? Stuhl. Bleib gerade. Gerade Stuhl. Gerade. Nicht so. Vielleicht geht's, also diese Kommode sehe ich gerade, die leuchtet, aber vielleicht geht's auch mit dem Stuhl. Es geht auch mit dem Stuhl. Okay. Es geht auch mit dem Stuhl. Och, das sieht sehr einladend aus. Das Tischlein. Ich bin das vierte aus, aus. Auf der anderen Seite ist es bestimmt eine Puppe. Nein, ich denke nicht, dass das eine Puppe ist, weil da sind ganz viele Fliegen. Wenn sich diese Leiche wieder bewegt, ne? Leute, ich renne dran vorbei, oder? Ich kann nicht langsam an dem vorbeilaufen. Ich muss an dem vorbeirennen. Ich muss. Wow, das hat mit dem Stuhl auch geklappt. Ja. John, alles ist nach Plan verlaufen. Mein geliebter Bruder, wir stehen kurz vor der Vollendung unseres Meisterwerks. Es ist mir gelungen, ein Yankee-Uniform zu beschaffen und mich bis in die nördlichen Ausläufer, ich glaube, die versuchen auszubrechen, von Massachusetts durchzuschlagen. Auf dem Weg habe ich dafür gesorgt, dass drei Verräter unseres geliebten Landes, oh, etwas anderes, ein gerechtes Schicksal ereils. Jetzt, diese verdammten Huren-Söhne, äh, der Rest lese ich nicht vor, die unsere Flagge bespuckt haben. Ich muss jetzt in den hiesigen Wäldern die Orientierung verloren haben, denn anstatt Lovell zu erreichen, bin ich in einem Provinz-Nest gelandet. Der Allmächtige hat mich jedoch zu einem verlassenen Gasthof geführt, an dem ich nun die letzten Vorbereitungen treffe und mein Gebete gegen den Himmel schicke. Du weißt, was das bedeutet? Ja, Gott ist auf unserer Seite, Bruder. Auch er kann es kaum erwarten, dass unsere Arbeit endlich Früchte trägt. Die Tage von Abraham, Likon und seinen verfluchten Gefolgsleuten sind gezählt. Domelé, danke dir ganz herzlich für den Follow. Willkommen. Wieso? Wo ist der Follow? Wieso hört man den Follow-Sound nicht? Was soll das? Ja, Gott ist auf unserer Seite, Bruder. Auch er kann es kaum erwarten, dass unsere Arbeit endlich Früchte trägt. Die Tage von Abraham, Likon und seinen verfluchten Gefolgsleuten sind gezählt. Ich hoffe, du hast Montreal unversehrt erreicht. Ich vertraue darauf, dass Gott auch auf deinem Weg über dich gewacht hat, wie er über mich gewacht hat. Gott schütze die Konfederation. Gott schütze Jefferson Davis. Okay. Jesus, dieser Irre hat nicht nur die Uniform eines Soldaten der Nordstaaten gestohlen und drei unschuldige Menschen umgebracht. Er plante auch, den Präsidenten zu ermorden. Die, ja, so. Ah, halt, halt, halt doch, halt doch die Fresse, schau doch auf. Das ist doch der Attentäter von Likon. Ja. Das Timing! So, Glauco, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Das Timing! Jetzt hätte ich nur noch auch, ja, auf Englisch sagen sollen. Yes. Oh, Mann. What the fuck? Und danke dir für den Host übrigens. Danke, danke. Okay, das war perfekt. Das war ein perfektes Timing. Das war absolut eiskalt. Ich weiß nicht, ob er das berechnet hat, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. So, also. Ich renne dran vorbei, weil ich kann, ich kann, ich kann, ich kann das nicht. Leute, auf, auf drei renne ich an dem Ding, Ding, was auch immer das ist, vorbei, okay? Eins, zwei, drei. Ah! Don't touch me! Okay, gut. Eine Leiche, die sich nicht bewegt. Eine Leiche in dem Spiel, die sich nicht bewegt hat. Das ist, äh, sehr schön. Da ist nichts mehr, okay? Gut, wir müssen das, glaube ich, durchschneiden jetzt. Man kann sie schneiden. Wir haben doch, haben wir nicht mehr das Ding hier, ah, ist die Säge kaputt gegangen? Die Handsäge, die wir hatten, oder was? Okay, ist die kaputt gegangen, in diesem Fall. Petroleum-Lampe ist leer, dann füllen wir sie wieder auf. Äh, benutzen, benutzen, benutzen. Wenn jetzt im Raum was gewissen wäre, wäre ich total da reingerannt. Ja, perfekt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass der verschwindet. Ich wusste es einfach. Deswegen bin ich hier nochmal zurückgegangen, habe hier die Sachen angeschaut, da habe ich hier wieder zurückgeschaut, weil ich wusste, der würde verschwinden. Ich will den nicht noch einmal antreffen. Ich will den nicht noch einmal sehen. Oh, gute Nacht, gute Nacht, Edel. Schlaf gut. Oh, doch. Und wie er das konnte. Kommt jetzt. Jetzt kommt wieder ein Quicktimer weg. Es ist alles Imagination, Lera. Es ist alles Imagination. Das ist also der Psychopath, der alles so in die Luft jagen wollte, ne? Ich verpiss mich mal von hier. Das ist also der Psycho, der alles in die Luft jagen wollte, anscheinend. Okay, der hat hier was zum Schnippeln. Nice. Schnipp, schnapp. Was ab? Die Wurzeln natürlich. Was denn sonst? Nice try. Nach so einer Szene hat mich das nicht erschrocken. Hat mich dieser Screw nicht erschrocken nach dieser Szene. Diese Szene war viel zu schlimm dafür. Ach, die Wurzeln stehen im Weg. Ich will raus. Das ist also dieser Psycho, wo am Anfang stand, dass der den einen hier in die Luft jagen wollte. Was ist denn, 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 was Ich nehme mal an, es ist das, die Wurzel also. Ich will es wohl nicht gut bekommen. Ja, du, er wollte mich umbringen, also... Fuck, bro, ich mache nachher nochmal. Was machst du nachher nochmal? Aha, mit dem Scream. Das ist ja praktisch, wenn ich meine Nagelschere suche, passiert sowas nie. Übrigens, ich muss Weser wieder aufschreiben. Weso, schon wieder Soundeffekt. Weso. Ja, also, ganz ehrlich, dann verzichte ich lieber auf Nagelschere als sowas. So, meine Hacking-Skills sind wieder gefragt. Was soll denn dieses... Dieses blöde Flüstern im Hintergrund? Ah, scheiße. Nein! So. Das ist aber nicht wieder dieser Engel. Doch, das ist... Das ist wieder dieser Engel, wo wir am Anfang gesehen haben. Ganz am Anfang im Haus. Das ist der Engel, nur jetzt hat er die... Nur jetzt hat er immer noch die Beine. Im Haus hat er die Beine nicht mehr. Hat er diese Beine nicht mehr. Wer flüstert dann hier? Ich verstehe nicht, was du mir sagst. Sagst du... Das ist die Möglichkeit, Norton. Du bist ein Jurgen, und du solltest wissen, wie es die Beine nicht mehr verbrechen. Der Kontrakt sagt, dass du beide anstiegst deine Beine nicht mehr verbrechen kannst. Ja, geh mit mir ins Kino auf meinen Nacken. Also, Weso, wenn du eine Lady einlädst ins Kino, dann auf meinen Nacken, sagst du das so, auf meinen Nacken? Wenn du eine Frau einlädst ins Kino, sagst du dann, hey, hey, G, ich lade dich ein für Kino auf meinen Nacken? Sagst du das so? Weso? Ja, G. Da sagt sie bestimmt ja. Ja, ganz sicher. Mittwoch, 13. September 1854. Der Sheriff von Blackstone New Hampshire hat am Montag, dem 2. September, ein Haftbefehl gegen Jacob Hyde. Dem Eigentümer der Mine und eines Gasthofs der Lastenheit wird zur Last gelegt, Richter John Norton ermordet zu haben, der mit schweren Verletzungen im Gasthof vorgefunden wurde. Wo er kurze Zeit später verstarb. Zusätzlich wurde eine Belohnung von 500 Dollar ausgesetzt. So, Moment mal, ganz kurz jetzt. Also, Norton wurde ermordet, also Norton wurde ermordet, im Gasthof vorgefunden. Diese Szene, wo wir ganz am Anfang vom Stream angeschaut haben, dort wurde ja auch der Richter Norton ermordet. Diese eine Szene im Gasthof, der Richter Norton wurde ermordet. Okay, you Star Wars, gehst du im Dezember ins Kino Star Wars Episode 9? Nein, ich müsste für das die vorherigen Episoden kennen und das tue ich noch nicht. Das ist das Problem. Deswegen, ich denke, eher weniger. Außer, ich finde die Zeit, um mir das alles noch nachzuschauen. Aber ich würde gerne Jokers anschauen. Ich habe gehört, der Film sei mega gut. Der Joker Film. Den würde ich mir gerne anschauen. Der ist jetzt gerade in den Kinos. So, wir müssen uns hier umschauen, aber haben wir alles jetzt gefunden hier, wo wir finden sollten? Hier ist noch was? Ich habe Ihnen bereits viele Male geschrieben, jedoch nie eine Antwort von Ihnen erhalten, weshalb ich Sie erneut fragen möchte. Erinnern Sie sich wirklich nicht an meinen Bruder Henry, der vor zwei Monaten in ihrem Etablissement zu Gast war? Er ist 31 Jahre alt, großgewachsen, schlank, trägt eine Brille. Er besucht ihren Gasthof, da er sich dort nach einem kürzlichen Zusammenbruch etwas Ruhe und Frieden erhoffte. Er ist ein vielversprechender junger Künstler, der der Landschaftsmalerei fröhnt. Die friedvolle Atmosphäre der Region hat ihn seit jeher in Verzückung versetzt. Er sagte mir, die Energie der Berge und Wälder dort fände, wieder halt in seiner Seele. Wie ich bereits in meinen vorherigen Briefen erwähnte, kehrte mein Bruder nie nach Hause zurück. Blackstone ist der letzte Ort, an dem er lebend gesehen wurde. Ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass er sich das Leben genommen haben könnte, da es von Leid und Schmerz geprägt war. Habe jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dies nicht der Fall ist. Selbst das kleinste Detail könnte mir dabei helfen, das Rätsel um sein Verschwinden zu lösen. Hochachtungsvoll, Anthony Wilcox. Der Beschreibung nach zu urteilen handelt es sich bei Henry um einen typischen Melancholiker. Er war jedoch unklug, daraus voreilige Schlüsse zu ziehen. Es muss sich hierbei nicht um den Selbstmord handeln. Viel zu viele Menschen sind in dieser Gegend bereits verschwunden und nicht alle von ihnen waren von äußerst sensibler Natur. Ja, das stimmt. Achso, oha, ja. Lesestunde mit Lera. Absolut. Ich finde das mega wichtig. Das macht ein Spiel viel, viel interessanter, wenn man sich auch für die Hintergrundgeschichte oder für die Geschichte interessiert und nicht nur die Jumpscares durchroschen. Joker ist voll geil. Ja, ich überlege mir, das zu schauen zu gehen, weil ich habe viele positive Sachen davon gehört. War es so schlimm? Was denn? Rolling Rocks, das Emote. Also bei uns sind teilweise aus dem... War es bei uns denn teilweise aus dem Kino rausgegangen wegen Joker, weil es so schlimm war? Film ist ziemlich hart. Regisseur hat selber gesagt, Leute mit Depressionen etc. sollten den Film nicht schauen. Okay. Ach, so schlecht im Sinne von langweilig. Nein, 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 nein. Es ist wahrscheinlich ziemlich hardcore. Recht hast du. Lesen macht jedes Spiel fast besser, nicht wahr? Genau, das macht es viel, viel interessanter, auch sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich sein könnte. Und ja. Was war denn die Story seit gestern? Habt nicht mehr alles gesehen. Schwein, ich habe ziemlich viel am Anfang vom Stream schon nochmal repetiert. Am Anfang vom Stream bin ich auf das eingegangen. Es ist ziemlich viel, um das jetzt zu sagen. Also, ja, ich weiß halt nicht, wie viel das du auch verpasst hast von gestern. Es ist ziemlich viel, um zu erklären. Aber man hat viel davon mitbekommen. Also die Story, das ist immer noch ein Puzzle aus tausend verschiedenen Teilen. Aber man weiß von einem großen Unfall bei einer Mine, wo einer gestorben ist davon, also von den Besitzern. Und der andere hat überlebt oder sowas. Und dann ist der aber finanziell down gegangen und hatte finanzielle Probleme. Depressionen und sonst, ja, Störungen. Aber ich kann auch nicht alles zusammenrechnen. Also ich habe viel am Anfang vom Stream auch erklärt. Das ist jetzt ein bisschen schwer zum Erklären, auch ohne Bilder, ohne Videos. Ich habe am Anfang sogar eine Szene gezeigt. Ja. Also, ja. Ist immer noch ein Puzzle aus ganz, ganz vielen Teilen. So. Also. Irgendwas hat er gesagt, von wegen, wir müssen hier, also wir finden hier den Schlüssel. Aber ich glaube, ich habe hier so ziemlich alles durchsucht, was man hier durchsuchen kann. Und keinen Schlüssel gefunden. Er hat ja gesagt, irgendwo hier muss doch der Schlüssel von der Rezeption. oder sowas sein, ne? Den suchen wir. Den Schlüssel von der Eingangshalle oder eben sowas. Vielleicht hier irgendwo. Die haben wir hier noch nicht durchsucht. Aber was ich ganz interessant finde, ähm, was ich ganz interessant finde, ähm, was ich ganz interessant finde, aha, da ist der Schlüssel. Was ist das eigentlich? Okay. Was ich ganz interessant finde, ist, dass sie viele Connections aufbauen. Ähm, wir, wir schauen den Film, äh, den Film, das Spiel in verschiedenen Zeitebenen an, ne? In verschiedenen Zeitebenen, ähm, das eine spielt im Kalten Krieg, das spielt hier irgendwie im Jahr 1800 irgendwas oder noch früher. Und trotzdem machen sie immer wieder Verbindungen zwischen all diesen Ebenen, ähm, ähm, dann finden wir den Rest zusammen raus. Richtig, genau. Ähm, und das hier, der Engel zum Beispiel, ist so einer davon. Dass diese, diese Statue, die kommt in allen diesen Ebenen vor. Und später hat sie aber dann keine Beine mehr. Hier ist sie noch ganz. Ich finde das sehr interessant, dass so Verbindungen aufgestellt wird zwischen all diesen Ebenen. So, wir haben den Schlüssel. Das ist die, die mich vorher packen wollte. Muss ich jetzt rennen, oder was? Oh mein Gott, what the fuck? Ähm, ich glaube, ich bin falsch. What the fuck? Ah, what? What? Macht Platz! What? What? Macht Platz! Okay, ich habe eine Reaktion. Macht Platz, Fretter, Euna. Dead out of the way. Bull, bitch. Oh mein Gott, what the fuck? What? Also, Sokki hat auch noch... Hä? Junge! Was? Irgendwie zeigt es in eine bestimmte Richtung. Dort nach links. Dort nach links. Seht ihr? Als müsste ich hier durch, aber... Aber... So, hier muss ich hin. Hä? Puh, um Himmels Willen. Ich hasse so Verfolgungsmissionen. Ich hasse es. Aber wir haben das geschafft. Oh, ich hasse das. Ich hasse es. Wisst ihr was? Es sieht aus, als hätte er niemals ausgecheckt. Eben, wo soll es einen Ersatzschlüssel geben? 202. Okay, Moment mal kurz. Wir könnten uns das mal kurz durchlesen hier. Das liefert uns ziemlich viele Informationen. Das liefert uns immer ziemlich viele Informationen. Ich finde das immer ziemlich interessant, was er in sein Tagebuch schreibt. Weil da sind noch zusätzliche Informationen. Ledermaschine. Das ging mega schnell, ne? Zum Glück. Zum Glück habe ich sofort den Ort gefunden, wo man sich dücken muss und durch die Spalten. Keine Ahnung. Ich habe gestern so lange so eine blöde Mission gemacht. Ich glaube, ich habe es ein bisschen jetzt geübt durch das. Also, stimmt. Ich höre so viele Stimmen. Zuerst dachte ich, die wahren Vorstellungen seien zurückgekehrt. Doch nein, etwas ist anders. Es ist, als würde ich aus unerfindlichen Gründen die Vergangenheit hören. So wie der Storytime mit Lera, ne? Wie der Storytime mit Lera. Es ist, als würde ich aus unerfindlichen Gründen wie die Vergangenheit hören und Spuren von ihr sehen können. Vielleicht verliere ich den Verstand, aber es wirkt so echt. Mir ist, als würde ich Erinnerungen, die ich einst nur verschwommen wahrgenommen habe, auf einmal klar und deutlich vor mir sehen. Ich höre diejenigen, die Zeuge von John Nortons Tod waren. Der Mann mit der aufgeschlitzten Kehle war der vermisste Richter, der Freund und Partner meines Vaters. Der Mann mit der aufgeschlitzten Kehle war der vermisste Richter, der Freund und Partner meines Vaters. Das haben wir ja thematisiert am Anfang vom Stream. Diese eine Szene. Ein Detektiv, der anscheinend auf der Suche nach Nortons war, hatte sich im Gasthof eingemietet. Ich musste herausfinden, was er auf seiner Suche entdeckt hat. Ich sollte im Gästebuch nachschauen, welche Zimmernummer er hatte. Vielleicht hat er etwas Nützliches zurückgelassen. Der Name des Detektivs war Walter Gilman. In dem Empfangsbereich sollte ich einen Schlüssel zu seinem Zimmer finden können, doch er ist verschlossen. Wenn ich mich recht erinnere, das haben wir alles schon, das ist nicht so wichtig. Der Portier ist tot. Es sieht aus, als hätte er sich zu Tode getrunken. Er tut mir leid. Ich erinnere mich noch an die alten Zeiten, als ich noch ein Junge war und gerade begonnen hatte, im Gasthof meines Vaters zu arbeiten. Mir bleibt jedoch keine Zeit für Nostalgie. Ich muss die Schlüssel zum Empfangsbereich finden und mir das Gästebuch anschauen. Ich habe ein... Mega laut! Hey, vielen, 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 vielen Dank, Rolling Rocks. Rolling Rocks hat der Cinderella einen Sub gegiftet. Cinderella, have fun with your Sub, have fun with your new emotes. And yeah, congrats! Danke viel, vielen Mal, Rolling Rocks. So lieb von dir. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Nice. Sub-Jumpscare. Tut mir leid. Tut mir leid, das war ein bisschen laut, ja. Das war ein bisschen laut. So, weiter geht's. Mir bleibt jedoch keine Zeit für Nostalgie. Ich muss den Schlüssel zum Empfangsbereich finden, um mir das Gästebuch anzuschauen zu können. Ich habe einen Brief in einem Zimmer 206 gefunden, den anscheinend der Soldat zurückgelassen hat. Er war in Wahrheit ein Südstaatler, der eine Uniform vom Leichnam eines Feindes bestohlen hat. Er erwähnte einen Plan, Präsident Nikoln zu töten. Ich freue mich nun noch mehr, dass er bereits tot ist. Ich fürchte, ich werde nie erfahren, wer ihn getötet hat und ob sein Mörder auch vorhat, mir etwas anzutun. Als wäre dieser Ort nicht schon gespenstisch genug. Ich bin auf den verstümmelten Leichnam eines Soldaten geschossen. Der Uniform nach zu urteilen war er in der Armee der Nordstaaten. Ich kann erkennen, dass ihm ein scharfer Gegenstand in den Leib gerammt wurde. Ich habe erneut Stimmen gehört. All ihre Worte, sie waren so deutlich zu vernehmen, wie sie grausam waren. Also ich habe kein Wort von diesen Stimmen verstanden, um ehrlich zu sein. Auch Richter Norton hatte kein reines Gewissen. Er und George hatten sich gegen meinen Vater verschworen, mit dem Ziel, ihm die Mine zu entreißen. Jetzt kommen wir auf die Mine, wo ich vorher erwähnt habe. Ist dies der Grund, warum Richter Norton sterben musste, hat ihn mein Vater umgebracht. Also er will damit sagen, hat ihn mein Vater umgebracht. Verdammt, die Vergangenheit scheint schlimmer gewesen zu sein, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich schätze, Unwissenheit ist tatsächlich ein Segen. Ich konnte die Schlüssel zum Empfangsbereich in George's Büro finden. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, in welchem Zimmer der Detektiv wohnte. Mal gucken, ob der Detektiv mehr weiß. Walter Gilman, Zimmer 203. Der Schlüssel sollte hier irgendwo sein, den haben wir gefunden. Okay, wir haben den Schlüssel gefunden. Zimmer 203 vom Detektiv. Mal gucken, was der Detektiv weiß. Hier ist wieder eine interessante Stelle. Also der Richter und der, äh, der Richter und der, wie heißt der nochmal? George. Genau, George. Der ist dann gestorben, oder? Haben, oh nein, der Richter ist gestorben. Und sie haben dann anscheinend sich verschworen, um dem Vater die Mine zu entreißen. Also früher, genau, früher war die Mine den beiden, also hat Biden gehört. Und irgendwie hat er sie aus einem Grund verloren und ich, ich verstehe es auch nicht ganz so recht. Aber das war dann so ein Rechtsstreit und der Richter, der scheint ein bisschen korrupt zu sein. Okay, und man weiß nicht, weshalb das der Richter gestorben ist, ob das jetzt der Vater von ihm war oder nicht. Und wenn man jetzt alles verbinden will, der, den wir jetzt spielen, ist entweder der Vater oder der Großvater von der Person, wo in diesem Haus ganz am Anfang eingezogen ist, okay? Also so haben wir eine Connection ganz zum Anfang von der Geschichte auch aufgebaut. Okay, gut, suchen wir das Zimmer vom Detektiven, der hier das Gasthaus anscheinend nie verlassen hat. Die Szene habe ich euch am Anfang gezeigt, wo eine Person den Richter umbringt. Und ich vermute, dass diese Person der Vater ist, der uns, die Person, die jetzt hier spielt, beschützt vor dem Tod, vor dem, ähm, George, äh, vor dem Richter Norton, sorry, Richter Norton. Okay, what the fuck? Was war da am Fenster? Wir müssen zu Zimmer 200. Ist das jetzt offen? Ja, ne? Zimmer 203. Es ist super dunkel. Ich, äh, fülle, glaube ich, auch mal die Lampe auf. Benutzen, benutzen, benutzen. Hallöchen, Topley. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Herzlich willkommen, mein Lieber. Alles klar bei dir? Oh, da vorne ist jemand. Soll ich ins Zimmer gehen, oder nicht? Ich kann doch nicht ins Zimmer. I need to hide. Ja, wo soll ich denn mich verstecken? Ich komme hier nicht mehr durch. Ja, moin. Ja, scheiße. Hä, aber ich dachte, wir haben den Schlüssel für das Zimmer. Wo ist denn Musik hin? Ich weiß ja nicht, wie viel das er sieht und wie viel nicht. Hide, how? Oh, shit. Okay, I'm dead. I'm dead. I'm pretty much dead. Haha, shit. Ich bin einmal aufgestanden, weil ich wollte sehen, ob ich schon gedückt bin oder nicht. Fail. Ich bin einmal aufgestanden, weil ich nicht sicher war, bin ich jetzt schon gedückt oder nicht. Pan. Direkt tot. Toll. Der Richter hat versucht, mich zu erwürgen und er hätte Erfolg gehabt, wenn nicht der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Er hat Norton, den Richter. Okay, das haben wir schon gelesen ganz am Anfang. Wir müssen ins Zimmer 200 irgendwas. Hi, bloody. Wenn er umdreht, okay, ich warte, ich warte, bis er sich umdreht. Er läuft ja immer hin und her, ne? Ich warte, bis er sich noch einmal umdreht und dann laufe ich ganz kurz schnell an ihm vorbei. Jetzt. Ist er mir immer noch hinterher? Geht er mir immer noch hinterher? Ich weiß es nicht. Wer atmet so hässlich? Wer atmet so hässlich? Hört ihr das auch? Hört ihr das auch? Das ist schon fast wie Musik machen eigentlich. Da gibt es nichts wirklich Besonderes. Ich weiß gar nicht, in welchem Zimmer wir jetzt sind. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier außenrum irgendwie ins richtige Zimmer. Denke ich. Scheiße. War das jetzt blöd? Warte mal. So, gucken wir mal, was wir hier finden. Überall Dokumente irgendwie. Die Musik hat sich wieder ein bisschen beruhigt, zum Glück. Ah, warte, warte. Erschreckt mich nicht so. Detektiv und Hyde reden gerade. So viele Leute haben sich verloren, including dein Freund, Judge John Norton. Ich will ihn finden. Bitte. Das ist meine sole Motivation. Du kannst ihn aufhörst. Du kannst ihn aufhörst. Du kannst ihn aufhörst. Du willst, dass ich nicht verantwortlich ist, dass ich ihn verabschiede für ihn verabschiede. Denn du bist einfach nur aufhörst. Du bist einfach nur aufhörst. Du kannst dich aufhörst. Das Wort, aufhörst. Das ist ein bisschen verrückt. Das kommt von jemanden, die in die Dinge unter den Räumen zu verabschieden. Du Jahre hat sich über den Inzidenz in der Minde verabschiedet. Und viele Dinge immer noch nicht klar sind. Die Leute haben ihre Leben verloren. Viele andere haben seitdem noch nicht verloren. Und du bist, wie es war ein kleiner Inzidenz. Es war ein accident. Ein Tragik, der kostet die Leben meiner Arbeit und vergründet mein Geschäft. Das ist alles. Oh, ich bin Angst, dass das nicht alles ist. Seitdem dann, die Leute haben sich verloren, in der Nähe. Viele Leute, sogar die Gäste von diesem Städten. Enough! Ich will dich aus meiner Inn, bis morgen. Du hörst mich? Ich hoffe, dass der Detektiv hier etwas verlassen hat. Ich habe das Problem, ich verwechsel immer den Vater von ihm mit den anderen. Also, Richter weiß nicht, der hieß Norton, aber wie hieß sein Vater? Ich bin mir nicht mehr sicher. Hat er jetzt gar mit seinem Vater geredet oder hat er mit dem anderen geredet, der sich mit dem Richter verschworen hat? Ich glaube, er hat mit dem geredet, der sich mit dem Richter verschworen hat, oder? Lordi Atmung. Kann man hässlich atmen? Ja, also was war das jetzt bitte? Das klang schon ein bisschen hässlich. Ich glaube, das mit dem Atmen ist ein Bock. Ich hoffe es. Das war mega komisch. Das war nicht irgendwie angsteinflößend, sondern einfach nur komisch. Die erste Person, die verschwand kurz nach dem Unfall in der Mine. Mir ist bewusst, dass es in der Gegend mit ihren Wäldern, Bergen, Sümpfen und Höhlen viele natürliche Gefahren gibt, aber ich glaube nicht, dass hinter all den Fällen nur Zufall steckt. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass die Explosion ein reiner Zufall war. Selbst wenn Jacobs Schilderung der Ereignisse durch die Ermittler bestätigt wurden, ein einheimischer schildert mir, dass Hyde kurz vor der Explosion mehrere Fässer voll Schießpulver zu einem Hof transportiert hat. Ich werde mir die Mine genauer anschauen und im Schacht nach Spuren suchen, halt dort Hinterlasten haben könnte. Vielleicht hat Sheriff etwas übersehen, vielleicht wurde er auch bestochen. Hoffentlich komme ich dahinter, was mit dem vermissten Fällen auf sich hat, was sie mit dem vermissten Fällen auf sich hat. Ich bin mir nicht ganz klar. Ich muss jetzt in die Mine. Immerhin raus aus diesem Psycho-Haus. Also immerhin. Da lieber in eine Mine, glaube ich. Vielleicht werde ich das nachher bereuen, dass ich das gesagt habe. Aber ja, das Haus, das hat mir den Rest gegeben. Für einen Moment reicht es. Ja. Irgendwas muss man mit dem Schrank machen. Ah, da ist ein Loch dahinter. Okay. Das heißt, ich bin mir nicht sicher mit der Mine, ob der Unfall mit der Mine zuvor oder danach geschehen ist, nach den ganzen Streitereien, wo die haben. Die scheinen ja irgendwelche, also diese beiden Besitzer von der Mine oder Ex-Besitzer oder was auch immer scheinen, gestritten zu haben, ne? Und eben das mit der Bestellung vom Richter und so. Ich frage mich, ob der Unfall danach jetzt passiert ist und ob er deswegen die Mine in die Luft gejagt haben könnte. Aber ich glaube, das mit der Mine war zuvor. Okay. Das ist mein Ernst. Hör auf, sag Laukom. Das ist mein Ernst. Mine klingt für mich viel schlimmer. Es erinnert mich an Until Dawn. Until Dawn, die Mine war nicht so geil, muss ich sagen. Hallo, schöne Frau. Ex-B, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Also, Until Dawn, die Mine war gar nicht geil. Aber ich muss sagen, lieber als in diesem Irrenhaus hier. Ja, weil das Irrenhaus, ich hatte so viele Jumpscares bis jetzt, also... What the fuck geht hier ab? Also, siehst du, was ich meine, Schwein? Siehst du, was ich meine? Genau das meine ich. Mich überrascht nichts mehr hier drin. Was? Was steht hier? Noten? Ah, Do Not Opener. Das ist das, was wir vorher... Ja. Ähm. Der dreht schon ein bisschen durch, ja. Ist er... Nur in meinem Kopf? Ich glaube, der dreht schon ein bisschen durch mit dieser ganzen Sucherei nach... Der Mine... Und dieser Geschichte, was passiert ist... Mit seinem Vater. Ich habe das Gefühl, der dreht schon ein bisschen durch. Wir machen jetzt so ein bisschen das durch, was in seinem Kopf so... Also, wo müssen wir durch? Nicht Blut oder Blut, wir müssen beim Blut durch. Das ist... Ziemlich sicher. Ich denke, ich gehe verrückt. Wann kommt der nächste Jump Scare? Drei... Zwei... Eins... Die Scareício, dieser Sprache und blut... Was zum Geier ist das? Was zum Geier ist das? Als ob der Fettung so schnell rennen könnte... Als ob... Hä? Ich kann hier nicht raus. What the fuck? Ich hätte dort in die Schüre gehen sollen. Kann ich hier drüber springen? Ich kann nicht drüber springen, scheiße. Scheiße. Okay. Ab und zu ist es gut zu sterben. Da sieht man genau solche Szenen auch mal. Wenn man nicht gestorben wäre, hätte man das nicht gesehen. Man sieht immer das Positive. Aber das Gute ist, dass der Fett nicht so schnell rennen kann. Dankeschön, Bloody Bullet. Mach's gut. Hey, Ex-Bedanke dir ganz herzlich für den Follow übrigens. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, weshalb die Follow-Commons nicht kommen. Äh, die Follow-Dings nicht kommen. Ich verstehe das nicht. Wieso kommen die nicht? Was soll das? Strange. Aber immerhin, Subs etc., die kommen. Aber Follow sieht man nicht. Komisch. Schau mal bei meiner Alert-Box nach. Ähm, 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 ähm. Follow sind an. Was soll das denn? Wieso? Why? Are disabled? Aha. Okay. So. Es war disabled aus irgendeinem Grund. Fragt mich nicht, weshalb. Ich hab' kein Plan, weshalb. Testen wir mal. Es funktioniert immer noch nicht. Naja, ich muss mal gucken nach dem Stream, weshalb das es nicht geht. Sorry for that. Komisch. Ich denke, ich gehe verrückt. Bring das mal. Ich wollte doch in diese Türe rein, oder? Ich verstehe das genau nicht. Ah, der ist direkt vor mir. Oh, shit. Ich verstehe das nicht. Alle Scheißtüren sind zu. Das Spiel ist einfach, um zu nerven, oder? Wieso nervst du mich? Wieso? Wieso? Wieso sind alle Türen zu? Himmels Willen. So einfach kann es nicht sein, dass man abbiegen muss nach vorne. Wo muss ich denn hin? Muss ich wieder nach hinten rennen? Ich weiß es nicht. Das ist alles zu, ne? War nicht direkt am Anfang links eine große Tür. In dir bin ich jetzt reingegangen. Deswegen bin ich gestorben. Wegen dieser Türe. Ah, guten Abend, Amelie. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Herzlich willkommen auch an dich. Die ist es, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich die... Ah, doch. Oh, was? Wie im Leben, oder? Wie im Leben? Nein. Das ist ja eiskalt. 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 Alles ab. Die testen mal so richtig meine Nerven. Die testen mal so richtig hart meine Nerven. Geil. Der kann sich teleportieren, der Feri. Der kann sich teleportieren, der Feri. Oh, die Mine. Jetzt kommen wir zur Mine. Ich muss ran. Gut geht. Quicktime Events. Quicktime Events on Points. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das sah geil ausgesehen. Einfach so in fett eine Idee. Er springt. Ich wollte ja nicht sagen, fettes Schwein. Aber so geil ausgesehen. Einfach so ein Kartoffelnack. Oh, richtige Zyklopä... Oh, Zyklopensöhne. What? Ich habe den Teil 10... Für den Teil 10 Versuche gebraucht. First try. Anonymous Tierra, danke dir ganz herzlich. Für die 4 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, ich wollte gerade sagen, fettes... Ich habe es first try geschafft. Also, okay. Aha. Meintest du den Lockpit? Oder meintest du nachher den... Das ganze Slalom laufen? Und Amelie, alles klar bei dir? Geht es dir gut, Amelie? Herzlich willkommen im Stream. Anonymous Tierra, danke dir noch einmal. Für deine 80 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. 80 Bütze. Dankeschön. Nein, den Teil danach. Das ganze Rennen. Den habe ich first try geschafft. Dankeschön. Danke, du Merle. Danke, danke. Irgendwie war ich gerade aggro, weil das mit der Türe nicht funktioniert hat sofort. Ich weiß gar nicht, was habe ich das runtergeworfen? Ja, weil es nicht mit der Türe sofort funktioniert hat, war ich aggro. Deswegen musste ich den zweiten Teil jetzt durch. Einfach, einfach Augen zum durch. Aber es hat geil ausgesehen, oder? Der fette, der halt so hinterhergesprungen ist. Oh Mann. Happy, Hallöchen. Herzlich willkommen auch an dich. Hallo, hallo. Gigi, danke schön. Das war Glaukom. Danke. Das war Glaukom. Luckpicking Master. Das war ja... Das war ja... Das war ja... Das war ja... ...try dass, wie viel patience ich habe? Das war ja... Wie kann ich denen, die Stressing situations tun? Das war... Eine gute Trainings. A gute Trainings für... Finde einen Weg nach Hause. Ich bin gerade verwirrt. Wir sind wieder Adam. Wir sind wieder Adam. Also wir sind jetzt wieder zurück in der Zeit. Was war das? 1900. Also es ist der Kalte Krieg. Ich glaube 1980 oder so. 1970, 1980. So das, ja. Lehrer Stressmaster. Oh mein Gott. Wir sind wieder zurück in dieser Zeit. 1979. Habe ich nicht mal schlecht geraten. Okay, genau. Wir sind wieder zurück in dieser Zeit bei Adam. Also der, 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 ähm, der, den wir vorher gespielt haben, das war entweder sein Vater oder sein Großvater. Ich glaube sein Großvater. Genau. Sein Großvater. Das wird von der Zeit besser passen, weil das war 1800 irgendwas, ne? Sein Großvater und jetzt spielen wir wieder den Enkel. Wieder zurück in diesem Spiel in der Gegend war. In diesem Spiel jetzt. Aber ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind mit ihm. Wir sind doch... Warte mal, wo sind wir denn mit ihm stehen geblieben? Was ist... Ah, wir haben mit ihm Richter Norton umgebracht. Mit ihm haben wir Richter Norton umgebracht. Dort sind wir stehen geblieben. Er hatte das, das, der, den Flashback von diesem, diesem Haus, von diesem, äh, Gasthaus. Wo der Richter Norton, äh, umgebracht wurde von einem komischen Mann mit einem Zylinder, wo er irgendwie an seinen Vater erinnert. Da ist ein Matten drin. Okay. Eine Kurve. Nehmen wir mit. Sieht aus, als könnten wir das gebrauchen. Wer auch immer dieses Lager errichtet hat, lies eine Karte zurück. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wann es genau passiert ist. Ich bin aufgewacht und wusste auf einmal nur, dass meine Frau nicht meine Frau ist. Jemand hat über Nacht ihren Platz eingenommen. Und kippt nun vor, meine bessere Hälfte zu sein. Ich war entsetzt, ließ mir jedoch nichts anmerken. Ich ging in das Zimmer unseres Jungen, um ihn zu warnen, dass eine bösartige Frau so tut, als wäre sie meine Mama. Er schlief tief und fest. Also weckte ich ihn, indem ich sanft seine Schultern schüttete. Er öffnete überrascht seine Augen und dann traf es mich wie ein Blitz. Das war nicht mein Sohn. Ich kannte dieses Kind nicht. Ich wusste nur, dass es keinesfalls mein Kind war. Angst erfüllt rannte ich zurück zum Flur. Mir war schwindelig. Also stützte ich mich mit meinen Händen auf meinen Knien ab und versuchte, dieses Gefühl zu vertreiben. Als ich mich wieder aufraste, blickte ich in die Augen eines Fremden. Wer zur Hölle sind sie? Wie schrie er mich an. Was machen Sie in meinem Haus? Ich antwortete nicht. Ich war wie gelähmt. Ich hatte noch nie eine solche Dreistigkeit erlebt. Doch als ich versuchte, ihn beim Hals zu packen, trabten meine Hände nur auf die harte, kalte Oberfläche eines Spiegels. Der Bedrohte wirkte eindringlich, zersprang, sogleich in tausend Scherben, wobei er mit einer Stimme schrie, die wie meine eigene klang. What the fuck ist denn das? Was? Komisch. Strange. Komische Geschichte. Werden hier alle irre oder was? Wart mal. Nein, das kann nicht sein. Der Minenunfall, der war schon früher. Wie kann man nochmal Cookies schauen, von einem anderen schauen? Oh, ich glaube, du kannst einfach eingeben Cookies und dann der Name hinten dran. Ich glaube, dass... Ah, Fallen Jedi, habe ich seine Cookies noch nicht übertragen? Das kann ich machen. Das kann ich machen. Eine zweite Lehre. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, ich habe, glaube ich, alles gelesen. Aber ich hatte erst mal einen dummen Gedanken. Aber es kann nicht sein. Ich dachte so, vielleicht hat es irgendetwas mit... Mein Lieber, Wali. Show sechs Monate. Vielen, vielen, vielen Dank, Wali Power. Danke dir ganz herzlich. Ein Stufe 3 Resop. Sechs Monate jetzt schon. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen Support, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bist du sogar auch der Donator des Monats, glaube ich. Wart mal. Wo sehen wir das? Bei dieser Cam? Nein, bei dieser Cam sehen wir das nicht. Hier. Ja. Subscriber. Ah, nein. Lost Donut, Top Donut. Nee, des Monats? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte dich gesehen, dein Name. Aber auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank, Wali. Schön, dass du vorbeischaust. Schön, dass sechs Monate schon bei uns dabei bist. Vielen, vielen, lieben Dank. Wirklich, für diesen Support. Und willkommen im Stream. So, weiter geht's. Stufe 3 Resupp. Hüppe, Hüppe, Hüppe. Genau. Hüppe, Hüppe, Hüppe für den Wali. Stufe 3 Resupp. Sechs Monate. Hey, Lera, wie geht's dir so? Alles gut, danke, danke. Und bei dir auch alles gut. Willkommen im Stream. Hype. Hört auf. Hype. Hüppe, Hype. Ihr wisst, was ich meine. So, eben. Ich hatte einen dummen Gedanken, dass vielleicht irgendwie etwas mit Radioaktivität oder so sein könnte, dass die vielleicht durchdrehen wegen dem Unfall, der Mine oder keine Ahnung. Aber das hat zeitlich überhaupt nichts. Ja, das kann doch nicht sein. Zeitlich macht das keinen Sinn. Wir sind ja jetzt beim Kalten Krieg. Aber zuvor, das ist ja Achtung. Und ein weiterer Subscriber. Ein weiterer Subscriber. Hallo, bin neu hier. Bin neu hier. Lordi, ohne Witz jetzt, du schreibst, bin neu hier. Aber eventuell wird es dir ein bisschen neu vorkommen im Stream. Ich habe ein neues Overlay. Ich arbeite jetzt mit Streamlabs OBS. Kann sein, dass dir vielleicht ein bisschen neu vorkommt. Aber ja, natürlich ist er nicht neu hier. 20 Monate Resort. Bim, 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 bim. Danke, Schneckli. Danke dir ganz herzlich. Schön, hast du die Zeit gefunden, vorbeizuschauen. Herzlich willkommen, Lordi. Herzlich willkommen und danke dir ganz herzlich für deinen Resort. 20 Monate. Danke dir von ganzem Herzen. So. Also, wir müssen... Ich will nicht unbedingt hängende Menschen ansehen, aber ich wollte sehen, wie die aussehen. Ob die was Spezielles an sich haben oder so. Ein bisschen unser Geheimnis zu lüften. Der, der wir jetzt spielen, der ist ein CIA-Agent. Und er hat russische Spione, die ihn ausspionieren. Herzlich willkommen, Lordi. Lord Nutz. Unser Ziel ist es jetzt, glaube ich, nach Hause zu finden. Aber wir laufen hier ein bisschen falsch. Das ist nicht mein Zuhause. So sieht mein Zuhause nicht aus. Wannet ihr einen Weg durch die Höhle? What the fuck? What? Ist das eine Puppe? Das ist eine Puppe, oder? Bist du nicht zu jung für dieses Spiel, sag mal? Lieber... Lieber... Lieber Magic Monkey, du bist jünger wie ich. Wenn ich zu jung für dieses Spiel wäre, was wärst denn du, lieber Magic Monkey? Rolling Rock. Aber dieses Emote ist mega geil. Das gefällt mir mega. Hey, Magic Monkey, jetzt etwas um das... Hier, um uns den Weg treiben, waren wir. Ihre Hände waren nicht gebunden. Oben. Äh, also wenn das geht, könntest du mir dann... Ja, 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 ist gut. Ist gut von mir. Ich kann dir gerne die Cookies übertragen. Schreib mir das kurz auf. Cookies. Bro-Man. So. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich find's auch etwas, was ich ganz, ganz interessant in dem Spiel auch finde, ist, wie sie die Parallelen gleichzeitig aufbauen. Also zwischen den verschiedenen Zeitebenen und zwar auch in den Orten, wo wir uns befinden. Du kannst safe drauf gehen, wenn du zum Beispiel mit dem einen, mit der einen Persönlichkeit in dieser Zeit, also in der Vergangenheit, das Gasthaus besuchst, dass du danach in der anderen Zeit, also in der Zukunft in dem Spiel, dann auch das Gasthaus besuchst. Und da siehst du so ein bisschen die Parallelen zwischen, wie sich das alles verändert hat in der Zeit. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr interessant finde in dem Spiel. Gefällt mir sehr. Gefällt mir auch sehr. Es wird immer so in allen Zeiten halt ein bisschen die, die verschiedenen Szenarien antrifft. Mit verschiedener Persönlichkeiten. Wir wollten mit der, ich bin jetzt drauf gekommen, wir wollten mit der letzten Persönlichkeit, wollten wir in die Mine gehen. Mit, mit dem letzten. Und jetzt gehen wir mit ihm in die Mine gehen. Hey, ich habe glaube ich bisher noch kein Quicktime-Event verkackt. Quicktime-Event-Monster in der Haus. Der Quicktime-Event-Monster ist in der Haus. Schaut euch vor, wir wären jetzt hier abgestürzt. Das wäre nicht so geil gewesen. Das wäre jetzt echt nicht geil gewesen. Der andere Charakter, wo wir gespielt haben, der wollte in die Mine gehen. Und jetzt gehen wir mit dem in die Mine. Kann gut sein, dass wir danach mit dem anderen Charakter auch in die Mine gehen. Kann man hier auch noch was finden oder so? Oder wieso ist der Weg hier? Okay, einfach nur ein Troll. Einfach nur ein Troll. Diese Karte spielst du? Ja, ja, mein Lieber. Definitiv. Ich bin fast zu alt für das Spiel. Ohne Blutdruckmittel kann ich so was nicht mehr spielen. Also, ich muss sagen, Dommerle. Oh, what the fuck? Hier we go. Money talk. Hier comes the money. dwelling würdeln. à lobloverdeln. Gälder,-läbssionar. Gälder,-läbssamar. Drei weggen cheesstand ich für jüngn nok bis fiveser esteht. Det und nossosieroバ테 ist und nach haust Teeren. Having nessaaleurat und morger easiest. Die beacht in mir jetzt binnig. Und MWSDR schon mag euer Gott lösst. Lösst an 3 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 Lösst. 3, 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 3. Machst du doch nochmal kurz das Licht an, damit man mich auch sieht. Da kann man mich auch sehen. So, leg dich nochmal kurz an. Vielen, vielen Dank, Lordi, Mann. Kurze Pause im Spiel. Lordi, Euna, was ist denn hier los? Euna, ich hab noch nicht Geburtstag. Ja, weißt du, bist jetzt zu früh, aber vielen, vielen, vielen Dank dir. Er hat mir gesagt, er hat mir gesagt, er gönnt mir MW, also das Spiel COD, das neue COD, gönnt er mir zum Geburtstag. Und da ist es. Hey, Lordi, vielen, 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 vielen herzlichen Dank, Mann. Er ist ein Mann, der steht zu seinem Wort jedes Mal. Er hat das noch nie nicht gehalten. Er steht zu seinem Wort. Lordi, jetzt hier für dich. Ich hab extra jetzt Licht für dich angemacht. Danke, 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 danke vielmal. So süß, vielen, vielen lieben Dank. Und ich frag mal nicht nach, weshalb du noch vor kurzem noch beschäftigt warst. Ich frag mal nicht nach, das klang ein bisschen, das klang ein bisschen speziell, aber ich frag mal lieber nicht nach. Aber schön hast du noch gefeiert und so. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Das ist ja, Lera, egal, das Geschenk weißt du ja so oder so. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, das macht für mich keinen Unterschied jetzt, ob es jetzt ein bisschen zu früh ist oder nicht. Alles gut, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich freue mich so oder so, egal an welchen Tag, dass es kommt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, der Hype ist wirklich immens bei mir. Ich kann es kaum abwarten, mit euch allen MW zu zocken. Und das Jahr werden, glaube ich, ganz, ganz viele sich MW gönnen, MW holen. Ich bin da mega gespannt drauf. Ab nächste Woche wird wieder endlich Zuri gesuchtet. Es wird langsam Zeit, nicht wahr? Es wird langsam Zeit. Vielen, vielen lieben Dank für diese Spende, Lordi. Danke dir ganz, ganz herzlich. So. Ich freue mich. Jetzt kann ich sogar, Lordi, es war sogar sehr gut. Weil jetzt kann ich mir das sogar downloaden. Also ich kann mir das sogar runterladen, bevor das Spiel überhaupt schon online geschaltet. Man kann ja, glaube ich, schon zuvor downloaden. Und das ist ein Riesendownload. Also es ist wirklich eine Riesendatei. Der Cloud hat zum Beispiel gesagt, beim PC sind es 126 Gigabyte. Das ist eine Riesendatei. Und dann bin ich froh, wenn ich das schon zuvor runterladen kann. Also. So. Spielen wir wieder weiter. Legt wieder auf. Zum Glück habe ich gerade den Lichthalter vor mir. Da kann ich so dick machen. Das war nur das Streamlicht. So. Weiter geht's. Vielen, vielen lieben Dank noch einmal. Nicht speziell, haha. War bei denselben Leuten, mit denen wir Geburtstag gefeiert haben. So, so. Das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt. Aber ja. Dieselbe Leute, die ihr Geburtstag... Wart ihr denn auch im Ausgang? Thor, Hallöchen. Herzlich Willkommen, Thor. Alles klar bei dir? Schon lange habe ich dich nicht mehr online gesehen bei Overwatch. Alles gut bei dir? Ja. So. Schauen wir mal weiter. Was wir hier finden. Das leuchtet so, als müssen wir dort hin. Aber was ist da hinten? Kommt hier noch was? Okay. Ich denke, wir müssen zuerst hier hin. Das wirkt ein bisschen... Das müssen wir gleich wegrennen. Ich weiß nicht. Das provoziert so. Oh nein. Bitte nicht wieder ein Backholz runterfalle. Das provoziert so dermaßen. Oh. Da ist ein Zahlencode. Lorie, du bist doch so stark in Zahlencodes... Äh, in Codes herausfinden. Trotz des Schulter-OP. Okay. Ich muss daher eine Pause machen. Oh shit. Hardcore. Dann wünsche ich ihr eine gute Besserung. Heftig. Das heißt, du hast jetzt die ganze Zeit nicht mehr gezockt, oder was? Tja, Lorie denkt halt mit. Ja, das war echt sehr gutes Timing. Irgendwo können wir die Zahlenkombination vielleicht finden. Um dieses Schloss aufzumachen. Ah, ich wusste, dass das bricht. Ich wusste es einfach. Es war so klar. Mein Bruder hatte das auch. Sucker. Schrei doch nicht so rum, Junge. Es ist kein Mensch in dieser Höhle. What the fuck? Nein, aber haben wir jetzt was verpasst? Ich wollte eigentlich diese Kiste aufmachen. Unlocky. Yes, fuck. Jetzt haben wir eiskalte Kiste verpasst, oder? Ich hasse solche Sachen. Ich hasse es, wenn man das so verpasst. Danke, genau darum. Wenn ich wieder gesund bin, können wir gerne mal wieder ein paar Runden machen. Wenn du magst, natürlich. Claro. Na, claro. Scheiße, Leute. Haben wir es jetzt knallhart verpasst, die Kiste? Nein, haben wir nicht. Seht ihr, es lohnt sich zurückzugehen. Nicht traurig sein. Die blauen Kisten habe ich auch beim zweiten Durchlauf noch nicht geknackt. Wir haben... Es hat sich gelohnt, wieder zurückzugehen. Schaut euch das an. Wollen wir hier noch was probieren, oder? Boah, aber das... Das sind extrem viele mögliche Kombinationen. Keine Chance. Keine Chance. Auf dem Dach. Wie auf dem Dach? Von der Kiste, meinst du? Also oben auf der Kiste, oder was? Ne, ich glaube... Da steht was! U gleich B. U gleich B. Hätten wir schon zuvor irgendwas finden sollen? Kann der mal laufen? Bin ich gedückt, oder was? Ah, ich bin gedückt. U gleich B. U gleich B. Auf dem Wellendach steht was. Das, was ich gelesen habe, das mit dem U gleich B. Na, komm jetzt! Stell dich nicht so an! Stell dich nicht so an! Ja, auf dem hier, ja. Guten Abend, Reaper! Hallöchen! Nintendo Christian, herzlich willkommen! Hallo, meine Lieben! Nach dem Schwimmen noch neue Winterreifen für meinen Bruder montiert und foliert. Du hast Winterreifen foliert? Welche Farbe? Gute Nachts, Thor! Ihr habt ihr bis 23 Uhr VIP-Launch? Geil! Geil! Reserviert im Club und habe dann bis 5 Uhr die Hüften geschwungen? Geil! Das klingt nach einem guten Plan. War um 8 Uhr zu Hause und 9 Uhr bin ich zum Schwimmen gegangen. Also hab nicht geschlafen. Nicht schlecht, Lordi! Und jetzt schaut ihr noch im Stream vorbei. Oha, verschollener Bruder! Ach nee! Was ist los? Na ja, also... Domerle, könntest du mir einen kleinen Tipp geben? Und zwar würde ich gerne wissen, ob ich die Zahlenkombination hier finde oder irgendwo sonst. Finde ich sie in dieser Mine oder nicht in dieser Mine? Irgendwo im Haus oder irgendwo anders. Ich würde nur gerne wissen, ob ich diese Mine jetzt durchsuchen sollte oder nicht. Aber ich vermute, wir finden sie in dieser Mine. Ich vermute, wir finden sie in dieser Mine. Wisst ihr warum? Will, weil sonst könnten wir das nicht alles wieder zurücklaufen. Wir können den ganzen Weg zurücklaufen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Kann ich die brauchen? Kann ich die ausrüsten, die Taschenlampe? Ich würde gerne die Taschenlampe ausrüsten. Wie kann ich sie ausrüsten? Du hast die Kombi überhaupt nicht gefunden. Ich habe alles durchgesehen. Ich denke eher, du findest die Kombi in den Notizen. Okay. Vielleicht hier, wenn man mit der Taschenlampe das beleuchtet. Oder mit dem. Es heißt ja U gleich. Aber dann brauchen wir... Nee, mit dem vielleicht. Aber dann brauchen wir trotzdem ein Passwort. Dann brauchen wir trotzdem ein Passwort. Ich hätte hier gerne das Licht. Aber die Taschenlampe kannst du irgendwie nicht ausrüsten. Ich denke, man findet es schon hier irgendwo. Weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass man alles wieder zurücklaufen kann. Ich gehe noch mal auf das Buchstabenrad. Schickst du mir vorher nach, Bills? Nice. Nice. Ja, Mutatio, was ist damit? Ich habe sie auf Insta geschickt. Ich habe sie auf Insta geschickt. Ich finde es komisch, dass hier dieser Bereich ist. Wo eigentlich völlig unnötig ist. Naja. Da sind Linien. Guck mal, wo B hinführt. Ja, aber Mutatio, das haben wir schon vorher ganz am Anfang gebraucht. Sind die Linien... Sind die Linien... Ne, ich glaube nicht, weil die sind symmetrisch, diese Linien. Siehst du? Die sind symmetrisch, ja. Oh doch, Lordi, du hast dieses Spiel schon gesehen. Es heißt The Beast Inside. Ich habe davon die Demo-Version gespielt. Und du hast mir geholfen, das Rätsel hier zu entschlüsseln. Damals. Du hast dieses Spiel gesehen, Lordi. Oh ja. Oh ja. Na ja. Na ja. Also, wenn wir es nicht finden, dann lasse ich es halt. Aber das U gleich B heißt, dass man dieses Ding wieder brauchen muss. Hier, wir haben es sogar eingestellt. U gleich B. Aber wir haben die Zahlen nicht. Äh, die Buchstabe. Buchstaben. Ja, U gleich B ist sicher mit dem Rad. Genau. Genau. Ne, ne, Lordi, das ist nicht 20 Jahre her. Ich habe mich doch 100% an das erinnert. Ich habe mich nur nicht... Das ist vielleicht zwei Monate her oder so. Das ist hinten auf der Landkarte, glaube ich. Stimmt. Wir haben doch hier was gefunden. Du hast schon recht. Du hast... Du könntest recht haben. Wir haben doch hier was gefunden. Notizen aus dem Lager rotieren. Vielleicht kannst du hier irgendwas finden. Solid! Hello! Herzlich Willkommen! Ähm, Solid und seine Zuschauer. Hinten auf der Karte. Hä? Hat mein kleiner Finger mir gezwitschert? Hast du gegoogelt? Hast du gegoogelt? Aber das macht Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Hey Solid und all seine Zuschauer. Die vorbeischauen. Herzlich Willkommen im Stream. Danke dir ganz, ganz herzlich für den Host. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Willkommen im Stream. Sweatscher. Don Sati. Hallöchen. Herzlich Willkommen auch an dich. Herzlich Willkommen im Stream, meine Lieben. Und danke dir noch einmal ganz herzlich für den Host. Die Länge passt ja schon. Schwein, Schwein, Schwein. Hat gegoogelt. So, also, ähm, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das heißt, gut zuhören. Ähm. Das heißt, das sind die Locations, wo Kisten versteckt sind. Wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind Kisten versteckt. Und an diesen Orten, einer von denen ist die Mine. Ich denke, das ist hier, bei den Ruinen. Das ist wahrscheinlich die Mine. Das heißt, das ist E4. Wenn wir es umdrehen. Ich hätte das genauer anschauen sollen. Genial. Das heißt, E4, das ist die Kombo. L, R, P, Y, N, J. Und dann müssen wir doch das Entschlüsselungsding brauchen. Noch die Entschlüsselungstabelle. Weil das ist nicht direkt. Ich hatte nicht gegoogelt. Hab aber auch nur die Kisten gefunden. Jetzt weißt du es, doch Merle. Das macht Sinn. Ich glaube, das ist genau das. Jo, Lera, was geht? Wie ist das Game? Es ist mega spannend, Solid. Es ist super spannend. Es ist mega geil. Okay, also. Ruin. Ich glaube, es ist das. E4. Ähm. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht auf das gekommen. Obwohl, das war ein guter Hint von dir. Das war ein guter Hint von dir, Domerle. In den Notizen irgendwo. Vielleicht hätte ich dann da ein bisschen rumgedreht und hätte es dann gefunden. Das hätte sein können. Das hätte sein können. Aber ich hätte es mir schon genauer anschauen sollen. Fürs nächste Mal, da muss ich lernen daraus. Da muss ich daraus lernen. Genauer die Sachen anzuschauen. So, also. E4. LRP. Ich schreibe mir das jetzt auf, weil ich kann mir das jetzt nicht alles merken. LRP. Y. N. J. Weil wir brauchen ja noch das Entschlüsselungs- Äh. Ding. Nur das Lustige ist. Hier steht. U gleich B. Ah, das ist wegen dem Entschlüsselungs-Ding da. Scheibe. Entschlüsselungsscheibe. U gleich B haben wir jetzt eingestellt. Jetzt schauen wir das LRP an. L ist gleich E. E. L. L. R. K. P ist. P ist. Wo ist P hier? I. Y. R. N ist G. N ist G. J ist C. So. Probieren wir es mal. Schauen wir wenigstens mal, ob die Zahlen, die Anzahl Zahlen passen. Sechs Zahlen. Ja, das passt. Das passt. Also, probieren wir es mal, ob es funktioniert. Genial. Genial. Sag mal Miao, Lera. Miao. Ich kann das nicht. Soll es. Ich habe Katzen, aber ich bin keine Katze. So. E. Oh, scheiße. Muss ich jetzt alles nochmal? Oh. Fuck my life. Kann man nicht hochdrehen? Was soll das? Das ist ja der absolute Troll. Die wollen meine Muskeln, meine Fingermuskeln trainieren. So. E. K. K. I. Habe ich das Falsche genommen? Die falsche Dings. I. R. Wir probieren das jetzt. Wir probieren das jetzt. R. G. G. Gute Nacht, Solid. Schlaf gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Danke dir noch einmal ganz herzlich für deinen Support. Chilt mal alle eure Jojones. Chilt mal. Wenn es nicht stimmt, dann werden wir das sehen. Wir werden es schon sehen. Ich weiß, was das Problem ist, wenn es nicht stimmt. Chilt. Gut. Es ist nicht aufgegangen und zwar aus dem Grund, dass es umgekehrt ist. Dann wird das stimmen. Wenn das nicht richtig war, dann müssen wir jetzt auf das U. Müssen wir jetzt auf das U, das B drehen. Chilt jetzt alle mal eine Runde. Ihr seid ja gestresster wie ich. Also. Da steht nämlich U gleich B. Das heißt, wenn man das so sieht, müsste U innen sein. Den Fehler hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Aber gut. Das heißt, schauen wir noch einmal. L. L gleich S. L gleich S. R gleich Y. P. Wir müssen immer innen schauen. Weil innen ist das fixe Rad. Das ist das, was uns vorgibt. Die Variable. Das uns die Variable angibt. Und, wo nachher ein Wert zugewiesen wird. Deswegen müssen wir das Innere anschauen. Also P. P, 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 P. P ist W. Y ist gleich F. N ist gleich U. J ist gleich Q. So. Probieren wir mal das. Fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. Wenn wir nochmal so ein Rätsel lösen müssen. Das, was vorne steht. Gibt die Variable an. Also muss es das Innere sein. Draußen wird der Wert zugewiesen. Also ist es das bewegbare Rad. Ne. Der Fehler muss nicht auf einmal passieren. So. Q-Haut. Was zum Geier. Wie kommt ihr auf Q-Haut? Also S. S. Y. L. W. F. F. U. Q. Mathe-Scheiß, nicht nur. Variablen kommen auch zum Beispiel in Informatik vor. Das stimmt immer noch nicht, oder? S, Y, W, F, U, Q. Jetzt hätte es aufgehen sollen. Habe ich einen Fehler gemacht? Hm. G, G, ja, das ist echt jetzt G, G. Jetzt war es G, G, ja. Warte mal. Der Kanal ist offline. Wieso ist der Kanal offline? Warte mal. Nori, hör auf, dich über mich lustig zu machen. Stop it! Gut, dass ich keine Informatik gemacht habe, so schlimm ist es nicht. Laut meinen kleinen Fingern kommt bei mir ein Wort raus, das Sinn macht. Ich finde es einfach komisch. Also du sagst ein Wort, das Sinn macht. Aber ich meine, Domerle hat ja das Rätsel gelöst mit dem Lösungswort und er hat das Lösungswort sogar da oben geschrieben. Domerle, du hast das Lösungswort ja sogar schon geschrieben, ne? S, Y, W, F, U, Q. Bevor, dass ich überhaupt drauf gekommen bin. Ich bin auf genau das gleiche wie er gekommen. Wir sind auf zwei verschiedene Arten. Also er hat das Lösungswort irgendwo gelesen und ich bin auf das genau gleiche gekommen wie er. Ich bin jetzt mega verwirrt. Jetzt bin ich mega verwirrt. Domerle, wie bist du auf das gekommen, wo du geschrieben hast? S, Y, W, F, U, Q. Wie bist du auf das gekommen? Das ist eine andere Location, glaube ich. Hast du es mit dem Rad gelöst, wo ich gerade... Beim Zuschauen. Beim Zuschauen hast du es mit dem Rad gelöst? Oder wie bist du auf das gekommen, Domerle? Beim Zuschauen? Es ist also nicht hier. Wo sind wir denn jetzt? Old mine entrance. Hier, alte Mine, Eingang. Ist es das? Burnt? Bla, bla, bla. Ist es das vielleicht? Old mine, Eingang? Bei der Mine? Hier ist Mineneingang. Hier ist der Ausgang. Könnte schon sein, dass wir hier sind dann. K5. Probieren wir mal das. Hast du das von den... Ich habe das... Ja, genau. Ja, genau. Wir haben diese Location genommen. Ruinen. Das hier. Aber hier steht alte Mine. Ich glaube, es ist das hier. K5. K5. Also probieren wir mal das. K5 ist I, V, O, D, J, I. Das können wir so lassen. Das stimmt nämlich jetzt. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher stimmt das. U gleich B. Und jetzt können wir ablesen bei I, P, bei V, das haben wir bei V, C, O ist V, D ist K, D ist K, J ist Q. Also das macht keinen Sinn, das Wort. I ist P. Also das Wort macht keinen Sinn. Das Wort macht keinen Sinn. Du hast ja gesagt, es soll ein Wort sein, das Sinn macht. Das Wort macht keinen Sinn. Scheibe ist falsch eingestellt. Probieren wir die zweite Option. Ich schreibe die gerade auf zur Sicherheit. Ich schreibe die zweite Option gerade auf zur Sicherheit. I ist gleich B. V ist gleich V ist gleich O. O ist gleich H. D ist gleich W. Das macht auch keinen Sinn. J ist gleich C. I ist gleich W. I, J, C, D, D, W. Ohne Witz. Ich hoffe, es ist was Geiles in dieser Kiste. Weil ich verliere so viel Zeit mit dieser Kiste. Wenn hier nicht was Geiles drin ist, dann ohne Witz jage ich diese Mine in die Luft. Dann jage ich diese Mine in die Luft. Also ich gebe mal die erste Kombination ein, wo wir herausgelesen haben. Die erste Kombo. Man liest von innen nach außen. Also die inneren sind die, die du ein, die du hast. Und die äußeren sind die, die du abliest. So war es auf jeden Fall. Also so macht es für mich logisch Sinn. Und so war es für mich. Also so war es auch bei dem allerersten Mal, wo wir diese Scheibe gebraucht haben. Ja, ich habe beide aufgeschrieben. Dass ein englisches Wort rauskommt, das macht Sinn. Weil das war beim ersten Mal auch schon so, dass es ein Wort ergeben hat. Das wird schon Sinn machen. Das heißt, wir sind immer noch bei der falschen Location. Das heißt, wir sind immer noch bei der falschen Location, Leute. Ziemlich sicher. Also es macht schon Sinn, dass ein englisches Wort rauskommt. Weil beim ersten Mal war auch ein englisches Wort. Äh, oh Mann. Wo sind wir denn? Hier? G7? Probieren wir einfach alles? Ah, hier ist auch in der Nähe von der Mine. Schau mal. Mit dem Totenkopf. H2. Probieren wir mal H2. H2 macht auch Sinn. In der Nähe halt von der Mine. Ja, H2. H2 wäre IUSKHU. Ich hoffe nur für dieses blöde Spiel, dass es was Geiles in dieser Kiste gibt. Ohne Witz, wenn nicht was Geiles rauskommt, dann werde ich richtig aggro. Ähm, ich denke, es ist falsch rum. Also, es ist U gleich B. Wir müssen zum U. Ich denke, es ist falsch rum. Es ist... Für mich macht es Sinn, dass es U gleich B ist. Also, dass U drin ist. Und B außen. Aber wir schreiben zur Sicherheit wieder mal beide Wörter auf. Außer es gibt jetzt ein Wort, wo Sinn macht. Okay? Also, I ist gleich P. U ist gleich B. Das macht schon keinen Sinn. Das macht schon jetzt keinen Sinn. I ist gleich P. U ist gleich B. Ja. S ist gleich... Ja, das macht schon jetzt keinen Sinn. Okay, probieren wir das andere. Oh Gott, Leute. Ich hoffe, wir übernachten jetzt hier nicht an diesem Rätsel. Es ist doch U gleich B, oder? Da steht schon U gleich B. In der Kiste ist auch eine andere Kiste. Ich muss absolut los. Oh nein. Also, das war eben das Falsche. Wir haben gesagt... Jetzt machen wir halt B gleich U. Was für mich halt keinen Sinn macht. Aber ich will nicht, dass nachher an so etwas scheitert. Das wäre richtig blöd. I, B, U, 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 N. Macht schon wieder keinen Sinn. S. L, K, D, ja. Das macht wieder keinen Sinn. U, außen war es beim ersten Mal. Wie meinst du das? U, außen war es beim ersten Mal. Jetzt will ich wissen, was drin ist. In der Kiste ist eine weitere Kiste. Das wäre so geil. Ich könnte nicht mehr, wirklich. Ich könnte nicht mehr, wenn da nochmal eine Kiste wäre. Für mich hätte es am meisten Sinn gemacht, dass es hier ist. Weil wir haben diese Karte, das war ja gerade hier in der Nähe, haben wir hier gefunden. Bei Campsite, oder? Das heißt, für mich hätte es am meisten Sinn gemacht, es wäre hier. Aber das hier haben wir schon gecheckt, das hier haben wir schon gecheckt, das haben wir schon gecheckt. Jetzt checken wir noch das. Oh Mann. Was sieht mehr aus wie in der Mine? Das oder das? Cave Entrance. Caves! Vielleicht sind wir gar nicht in der Mine. Vielleicht sind wir in einer Höhle. Weil er hat gesagt, wir sind in der Höhle. Wir sind gar nicht in der Mine. Wir sind gar nicht in der Mine. Oder ist das alles das Gleiche? Weil, wo wir reingegangen sind, da habe ich mich gefragt. Er hat gesagt, nee, ich muss einen Weg durch die Höhle finden. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Cave. Wir sind gar nicht in der Mine. Er hat ja gesagt, ich muss einen Weg durch die Höhle finden. Höhle. Also, wir machen jetzt erst das hier da außen. Das macht für mich irgendwie mehr Sinn, dass es hier ist, aber keine Ahnung. Weil das ist so connected mit der Cave, ne? Das sieht so aus, als wäre es ein bisschen connected. Keine Ahnung. D9. Probieren wir D9. Hi, lange nicht gesehen. Hallöchen. Hey, call me Harry. Larry. Erstens Willkommen. Hallöchen. Call me Larry. Also, D9. W, X, Y, X, T, M. W, X, Y, X, T, M. Nicht, dass ich dann noch Schreibfehler mache und das dann dem scheitert. Das wollen wir nicht, ne? Das wäre richtig blöd. Also, noch einmal. U gleich B. U gleich B. W, wo ist das W? W, also D, X, E, O. Jetzt macht schon mehr Sinn. Jetzt macht schon mehr Sinn. Y, Def. Okay, ich glaube, wir haben es. D, Fe. Ich glaube, jetzt haben wir es. T, Defeat. Oder? Was ist M? M? Ja, Defeat. Leute, wir haben den Wort. Wir haben es. Also. Als allererstes. Damit das nie wieder passiert. Es ist genauso, wie ich eigentlich gesagt habe. Die Variablen sind die fixen drin. Die stehen da drin. Das sind die, die vorgeben, was für einen Wert ihnen zugewiesen wird. Also, ihnen wird ein Wert zugewiesen. Das ist immer das Erste. Der erste Buchstaben. Also hier das U. Die sind innen. Die geben immer den Wert vor. Dass wir nicht immer beides ausprobieren müssen. Einfach, dass das klar ist. Ähm. Ja. Das macht für mich, das ist auch einleuchtend. Erstens das. Zweitens, wir sind hier in einer Höhle, nicht in einer Mine. Das habe ich jetzt auch gecheckt. In einer Höhle, die aussieht wie eine Mine. Weil vorher waren da Spitzhacken drin und keine Ahnung was. Aber okay. Defeat. Mal gucken. Wenn jetzt, wenn jetzt das Scheiße in dieser Kiste ist, dann gehe ich. Ohne Witz, dann gehe ich. Dann gehe ich nach Hause. Ich bin schon zu Hause. Aber ich gehe trotzdem. Dann muss ich los. Da kommt einfach so, keine Ahnung was raus. Da springt irgend so ein Jump-Bear raus oder so. Also. Die. Die. Fiet. Danke dir, Schwein. Übrigens, vielen lieben Dank. Wir hätten um einiges länger gehabt, hätten wir nicht gewusst, dass so ein Wort das Sinn ergibt ist. Ne? Es macht eigentlich Sinn, weil bis jetzt die meisten Wörter Sinn ergeben haben. Aber trotzdem, es hätte um einiges länger gedauert. Danke dir, Schwein, dafür. Das ist eine Nachricht drin. Das ist eine Nachricht drin. Das ist eine Nachricht. Geil. Wirklich geil. Das Programm existiert bereits seit den 50er Jahren. Einfach unglaublich. Sie führen uns seit fast 30 Jahren an der Nase herum. In dem sie dafür gesorgt haben, dass wir auf Bomben, Telegramme, Spione und dergleichen uns konzentrieren. Dabei sind sie seit Stahlens Tod einen Schritt voraus. Die sogenannte Abteilung, es geht wieder um den Kalten Krieg, ne? Die sogenannte Abteilung ist das erste Direktorat des KGB. Die Kommunisten haben ihre eigenen amerikanischen Städte gebaut, in denen späte Schläferagenten beigebracht wurden, wie man sich zu 100% amerikanisch verhält. Selbst Hashtag, Hashtag konnte uns also, Hashtag, Hashtag, könnte uns also, blablabla, verstehst du? Wie könnten wir sicher sein, dass blablabla, keine blablabla an dem Hauptquartier geschickt hat? Geil. Für das haben wir jetzt so lange versucht, diese Kiste aufzumachen. Wirklich jetzt. Really? 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 Für eine so dumme Nachricht, die man auch als Klopapier nutzen könnte, haben wir jetzt... Wie lange sind wir dran? Aber ich muss sagen, ich bin froh, das Rätsel gelöst zu haben. Das hätte mich mitgenommen, wenn ich das jetzt nicht hätte lösen können. Ich finde es gut. Und ich vermute, ich vermute, wenn man alle Briefe hat, wenn man alle, das ist so ein Teil vom Puzzle, man muss alle Kisten finden. Ich vermute, wenn man alle hat, dann hat man das groß. Also dann bekommt man, ich glaube, wir müssen die anderen Kisten finden, um die Belohnung zu bekommen. Das ist meine Vermutung. Das ist meine Vermutung. Deswegen erst nur ein Brief. Aber trotzdem, GG's, Leute. Teamwork makes a dream work. Ich danke euch ganz herzlich für eure Mithilfe. Danke fürs Mithelfen, Mitraten, Mitdenken. Ich weiß nicht, ob ich alleine draufgekommen wäre. Echt nicht. Danke euch. So, okay. Das nächste Mal, wenn wir eine Kiste finden, wird es nicht mehr so lange dauern, weil wir wissen schon, wie es geht. Ich habe ganz vergessen, dass das eigentlich ein Horrorspiel ist, bei diesen ganzen Rätselleinen. Aber das ist das Geile. Oh, falsche Richtung. Obwohl. Nein. Bali, danke dir ganz herzlich für deinen Support. Vielen, vielen lieben Dank, Bali. Dankeschön. 25 Euro spendet der liebe Bali. Aber er schreibt nichts dazu. Danke dir ganz herzlich. Vielen lieben Dank. Ab ins Loch, ne? Das war richtig. Das war schon richtig. Hier sind wir nämlich dann... Da habe ich ja gesagt, nein, scheiße, ich hätte noch die Kiste aufmachen wollen und so. Das war genau hier bei dem Loch. Genau. Vielen, vielen lieben Dank, Bali. Danke dir für diesen Hammer-Support. Jetzt haben wir, jetzt ist er fix, der Donator des Monats. Obwohl, nein, da kam der Lordi noch seine, seine, am Lordi noch seine, seine Dings rein, seine Donation. Stimmt gar nicht. Never mind. Trotzdem, vielen, hä, was habe ich denn jetzt wieder getan? Trotzdem, vielen, vielen herzlichen Dank, Bali-Fauer. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Support. Vielen, vielen lieben Dank. Du kennst mich ja, ich bin nicht der große Schreiber. Genau, genau. Und? Das ist absolut kein Problem. Absolut kein Problem, Bali. Ich bin auch nicht die große Schreiberin, wenn ich, äh, wenn ich, äh, bei Streams zuschaue. Ich kenne das. Vorher habe ich so easy rausgefunden. Was ist denn jetzt genau das Problem? Da, da ist ein Ding. Da ist ein... Ich frage mich, was jetzt genau das Problem ist, wieso ich dich rausfinde. Wir sind beim Loch vorbei. Und dann... Ah, da unten durch. Genau, das ist es. Das ist es. Nee, wegstecken. Das brauche ich jetzt nicht. Herzlichen Dank, Bali. Klopapier für einen Menschen. Lena und Chad finden gemeinsam Klopapier. Ja, geil. Sehr geil. Aber ich denke, dass Klopapier, wenn wir alle fünf weitere Klopapiere finden, dann gibt es was Großes, glaube ich. Was Großes. Das klingt ein bisschen komisch in Kombination mit Klopapier. Um ehrlich zu sein. Hey, bin ich dumm? Bin ich eigentlich völlig dumm? Ich bin aus der Höhle nicht mehr raus. Höhle, nicht Mine. Auch wenn sie total aussieht wie eine Mine. Mit all diesen... Mit diesen Holzstäben. Ich muss in die andere Richtung, wenn du in das Loch fällst. Okay. Machen wir jetzt gerade. Das machen wir jetzt genau. Jetzt gerade machen wir das. Das ist nämlich hier. Hier entlang. So. Raus geht's an die frische Luft. Durchatmen. Puh. Bis wir die Klopapierrolle voll haben. Ich benutze kein Klopapier, um Geld zu sparen. Muss los. Das sparst du aber an den falschen Enden, lieber Rolling Rocks. Um Himmels Willen. Dummerle, ich hab's noch geschafft. Ich hab's Gott sei Dank geschafft. So. Also. An den Walli. Kein Problem. Oh shit. Was war denn das für ein Oberleck jetzt? Kein Problem, Walli. Ich bin genauso wie du auch nicht so die große... Die große Red... Rederin. Äh. Ist das jetzt schlau, wenn ich hier runtergehe? Ich muss den Weg nach Hause finden, ne? Das ist der nächste Auftrag. Ja. Ja. Also wenn ich streame, dann rede ich viel. Okay? Wenn ich streame, rede ich viel. Aber wenn ich streams zuschaue... Da bin ich auch eher die stille Zuschauer. Bierkiste. Äh. Bierkiste hätte ich jetzt überhaupt nicht gefeiert. Aber es wäre besser gewesen als... Ah, dann hier ist das Haus. Okay. Es wäre besser gewesen als... Klopapier. What the fuck? Das ist so crazy. Und das war's für mich. das hat der Tonrekorder was gesagt oder so, so geil auszudäht. Die hat so hingezucht. Mutaccio wäre ein Kasten Bier in der Kiste ein Traum. Ja, für den Mutaccio auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für mich wäre es eher ein Kasten Gin Tonic oder so. Also ich glaube, das ist real. Ich glaube nicht, dass es fake ist, dass sie das vorspielen. Okay, wir können das nicht aufmachen. Vielleicht wenn wir hier aufmachen. Geht nicht alles zu oder wie? Okay. Also ich trinke lieber auszureden und wenn ich getrunken habe, rede ich gerne. Ich weiß gar nicht, wie ich bin, wenn ich... Ja, ob ich an viel rede, das weiß ich nicht. Ich lache viel. Wenn ich zu viel getrunken habe. Ja, wieso legt's so? Was soll das? Chill mal. PC, atme. Was ist denn hier los? Ist mein PC überhitzt oder was? Unsere Träume bestehen aus Bio und Gin. Oh Gott. Ich muss mal aufhören, die Sachen hier runter zu schmeißen. So, also. Ich habe jetzt meinen PC mal aufgeschraubt. Ich weiß nicht, ob der jetzt überhitzt ist oder was los ist. Wart ab, Lordi. Schau dir die Clips an, lieber Lordi. Schau dir die Clips an oder schau dir die Wiederholung von dem Stream an. Dann wirst du genug Hörer bekommen. Glaub's mir. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Not a stranger. Besides... Sheriff, my ass. You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions. Fuck. What a mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. Das war gerade vorher er mit seinen Fingern. Das war... Das war gerade vorher er mit seinen Fingern. Trinkst du auch nur zu Anlässen? Also, zu Anlässen ist ein bisschen übertrieben. Aber ich trinke nicht so oft Rolling Rocks. Und auch wegen dem Geld. Also, ich schaue hier schon... Ich schaue schon. Ich gehe auch nicht viel raus oder so, weil... Der Ausgang in der Schweiz ist sehr teuer. Ich muss halt den Staub wegmachen. Oh shit, was denn das? Oh shit! To learn about famous cryptanalists from around the world, you have to know the basics of code-breaking yourself. Can you decode all the names we have hidden here? Numbers correspond to individual people. Use Cesar's Disk and get to know the great minds of cryptography that frequently change the course of history. Will you accept the challenge? Ah! Wait! Wait! Ähm... Hier steht... Was kann ich jetzt mit dem machen? Wieso kann man hier X... Scannen? Ich kapiere gerade überhaupt nicht. Ähm... Hier steht... Cesar's Disk. Also Cesar's Disk ist diese Disco, die wir haben, um zu entschlüsseln. Zum Beispiel jetzt. Wir haben WXYXT gebraucht. Ist das hier drauf? Ist nicht hier drauf, oder? WXYXT... Leider nicht. Ich glaube, das ist, falls du mal eine Kombination nicht findest... Also, bitte nicht dekodieren, tue ich nicht. Nein, tue ich nicht. Werde ich nicht. Aber... Ich glaube... Lieber Wally, vielen, vielen, vielen Dank. Doch einmal 15 Euro. Bim, 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 vielen, vielen Dank, Wally. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Support heute. Wahnsinn. Wahnsinn, der Wally. Ganz, ganz wirklich sehr großzügig. Sehr großzügig und großherzig danke dir für diesen Support an die Leiderarmy. Danke von ganzem Herzen. Da kommen einfach nur Namen bei raus. Nein, ich wollte es nicht dekodieren. Auf keinen Fall. Ich habe mir nur überlegt, ob das vielleicht ist, falls du mal... Wir haben ja dieses U gleich B gefunden, oder? Oder was auch immer. Ähm... Falls du das mal nicht finden würdest, ob du es dann auf dieser Liste findest. Aber findest du nicht. Ich habe jetzt die Kombination angeschaut, wo wir vorher gebraucht haben und andere. Andere. Die sind alle nicht auf dieser Liste. Die sind alle nicht auf dieser Liste. Also ist sie für uns, glaube ich, nicht so wichtig. Ich mache trotzdem mal einen Screenshot. Eventuell müssen wir... Eventuell brauchen wir es. Ich mache mal einen Screenshot davon. Aber... Ich glaube, diese Liste ist nicht wichtig für uns. So. Schauen wir weiter, ob wir hier irgendwas finden in diesem Büro. Scannen. Die sitzt einfach dort und schaut mal zu. Ah, schaut mal. Sag mal. Der hat hier irgendwas gemacht. Ja, das ist uns schon klar. Ach, sie ist ein bisschen angepisst. Der hat hier irgendwas gemacht. Watch out for... Ich kann das nicht lesen. Sparrows. Sparrows. Was heißt das? Hüte dich vor Schwalben. Notieren. Hier steht nichts drauf. Notiz wird ein Bild einer Schwalbe. Irgendjemand muss sie wohl gut sichtbar hier für mich hinterlassen haben. Aber warum? Ja. Und die rote Farbe? Okay. Kann man hier die Kiste aufmachen, oder? Was ist das? 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 Lieber Wali, ich danke dir, danke dir. Ja, das ist schon ein bisschen laut. Wali, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Er hat fünf Subs gegiftet. Sie gehen raus. Oh, sogar an Leras Liebling. Oh, wie geil. Leras Liebling ist sogar jetzt Sub bei mir. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Leras Liebling, absolute VIP jetzt im Stream. Crazy. Crazy, obwohl es wird nicht angezeigt. What the fuck? Wieso wird es nicht angezeigt? Jetzt hab ich mich schon gefreut. Mann. Scheiße. Sogar an, äh, an Leras Liebling. Oha. So, fünf Subs von Wali Power. Vielen, 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 vielen Dank. Hampi hat auch einen Sub bekommen. Hey, GZ an euch. Viel Spaß mit dem Sub, mit den neuen Emotes. Und herzlich willkommen an FeelX. Herzlich willkommen im Stream. Wali Power, danke dir für deinen riesen Support heute. Vielen, 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 vielen Dank. Sehr, sehr, sehr lieb von dir. So, wir haben den in der Zwischenzeit. Ich hab hier noch ein bisschen weiter gemacht, äh, was hier gefunden. Und zwar hier ist was. Der ist durch die Scheibe hier rausgegangen. Die Scheibe ist hier. Und was ist mit dieser Scheibe? Hä? Hä? Muss ich hier raus, oder nicht? Vielleicht mit dem Stuhl, oder was? Was hat er gesagt? Ich sollte in der Lage sein, ihn aufzuspüren. Ja, er ist hier entlang. Warte mal. Ich, äh, kann man einfach durch die Tür raus? Lera muss, Lera muss das Fenster nehmen. Sie kann nicht durch die Tür raus. Es muss fancy aussehen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Wali. Danke dir. Und der Glaukon hat auch ein Scream hier abgelassen, oder? Wenn ich es richtig gehört habe. Glaukon. I don't find another signal. Yes. Outside? Yes. Okay, gut. Dann müssen wir... Glaukon aufschreiben. Und jetzt ein zweites Mal, ja. Hä? Ich bin nicht so gut wie der Lordi, ihn aufschreiben von Sound Effects, aber ich gebe mir Mühe. Okay? Ich gebe mir Mühe. Der Lordi kann das besser wie ich. Folge dem Lokalisierer. Der Lokalisierer sagt, ich muss in diese Richtung laufen. Für alle, die es letztes Mal verpasst haben, der Lokalisierer, der funktioniert so. Seht ihr die grünen Linien außen? Sobald die zusammenführen, zeigt mir das die Richtung an, wo ich laufen muss. Und dann unten die Prozentzahl, wie weit weg ich von dem Ort bin. Wie weit weg ich von dem Ort bin. So, 90 Prozent. Hier, 100 Prozent. Okay, suchen wir mal. Suchen wir mal ab. Wird gescannt. Ja, I think I'm on the right track. Du siehst doch, dass er hier ist. Was ist das? So, dann schauen wir mal hier weiter. Es sieht aus, als wäre er diesen Weg gelaufen. Lokalisierer zeigt auch an, in diese Richtung. Jetzt fühle ich mich geehrt, Leda. Ich schotier schon alles, keine Sorge. Ja, aber der Anfang hast du ja verpasst. Du weißt nicht genau, wie, was. Es wäre ein bisschen kompliziert, wenn jetzt das Zeug von dir noch... Obwohl. Ich weiß halt, weißt was, Lordi. Machen wir es so. Du fangst ab jetzt an, okay? Ab jetzt fangst du an und dann weiß ich, das muss ich dann noch dazufügen zu meiner Liste, okay? Ich habe hier die Liste und dann weiß ich, das muss ich noch hinzufügen zu der Liste, okay? Okay, Dormerlo. Äh, klar, ja, kannst du gerne machen. Wir müssen hier über die Brücke. Ich bin ab da gekommen, wo mein Soundcommand kam. Dann füge... Oh, oh, nee, nee, Lordi, fang am besten ab jetzt an. Das wäre besser, weil ich habe die Nichtreinfolge aufgeschrieben. Die Reinfolge ist ganz durcheinander. Okay, hier ist was. Hier nochmal scannen. Wir sind hier wieder an einem... Sagt mal. Diese Richtung hier. Hallo, da ist 99%, come on, 100%. Wieso scannt der nix? Die Richtung ist irgendwie noch falsch. Vielleicht oben? Ah, es ist oben. Okay. Ja, ist okay, Dormerlo, ist okay. Du musst dann mal oben lesen, wenn du Luft hast. Hast du mitbekommen, bei MW wird... Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Das Einzige, wo man echt Geld investieren kann. Ähm, ist für kosmetische Sachen und Stufen für... Oder Stufen für einen Battle Pass. Anscheinend hat es ja nicht mal einen Battle Pass, habe ich gehört. Anscheinend gibt es bei MW nicht mal einen Battle Pass, soweit ich weiß. Und, äh, ein neues Level-Up-System, also es gibt nicht mehr so Prestigemaster, so wie früher. Neues Level-System, habe ich gehört. Es gibt nicht mehr Prestigemaster, sondern nur noch Level 55 und der Rest ist dann irgendwie saisonal. Kannst du dir irgendwelche Erfolge holen oder so. Mit Ranks. So, in diese Richtung... Aber es macht... Es macht keinen Sinn. Der ist mit dem Seil hier hoch, ne. Es muss eigentlich hier oben irgendwo sein. Weil er ja mit dem Seil hochgeklettert ist. Der Spion. Ah! Was ist das hier? Können wir hier durch? Mal gucken. Ich stecke das hier mal weg. Gibt es hier irgendeine Chance, hier rüber zu kommen? Schaut ein bisschen so aus. Aha! Ist das wieder so eine blaue Kiste? Leute! Das ist wieder so eine blaue Kiste. Und diese Kiste scheint, als müssten wir irgendwie draufstehen oder so. Aber wir haben eine versteckte blaue Kiste gefunden. What? Sie ist in der Nähe von unserem Haus. Jetzt nimmt es mich Wunder, was jetzt hier drin ist. Ein weiteres Klopapier oder was? Old House Pirate Area. So, wo sind wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wo sind wir? Vorher war das hier, ne? Diese Höhle war hier. Sind wir jetzt hier mittendrin? Ich glaube ja, das wird Sinn machen, oder? Es wird Sinn machen, dass wir hier mittendrin sind. Hier waren auch einige Flüsse um uns herum. Ich würde mal vorschlagen, wir versuchen diese Kombination. 7 G. Aber die Frage ist, welcher Schlüssel brauchen wir? Das ist die Frage. Das ist unser Schlüssel. K gleich T. K ist innen. T. Außen. K gleich T. Okay. Jetzt brauchen wir anscheinend oder wahrscheinlich das hier. G7. Das macht am meisten Sinn. G7. Hallo, Naughty. Welcome. Welcome to the stream. Hello, hello. Y, Z, U, U, V, E. Übersetzung davon. Ist. Haben wir das jetzt richtig eingestellt? Es war irgendwie etwas mit T, nicht wahr? Es hat sich, glaube ich, nicht verstellt. Ich glaube nicht, dass es sich verstellt hat. Y ist gleich H. Z ist gleich I. U ist gleich D. D, V, Hidden. Hidden ist es. E ist N. Genau, Hidden. Okay, wir haben alles richtig gemacht. Ist der richtige Ort. Hidden ist das Passwort. How are you, Naughty? Are you alright? Seht ihr, jetzt ging es um einige schneller als beim ersten Mal. Was habe ich gesagt? Das war ging es um einige schneller. Hidden. Ich kann nicht so sehr klicken. Diese Kiste, die war schon ziemlich versteckt. Also, ich meine, wenn du nicht dich gut umschaust, äh, ja, kann man schnell übersehen. Kann man echt schnell übersehen, diese Kiste. Ah, man kann auch andere Seite drücken. Du musst einfach die andere... Oh Gott, Lehrer. Man muss einfach die andere, äh, die Maustaste, äh, die andere Maustaste brauchen. Ich Idiot. Tada! Finally. Finally. Sagte er bei dieser Kiste. Diese Kiste ging schnell. Dein Ernst? Lesen. The Iron Curtain. Der eisene Vorhang ist eine schmeichelhafte Bezeichnung, da sie uns vorgaukelt, dass von ihnen getrennt leben, dass wir von ihnen getrennt leben, wie naiv wir waren. Die Sowjets sind uns näher, als selbst die Paranoidisten unter uns prophezeit haben. Manche ihre Operationen, bla 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 bla. Easy! So, Viertel vor zwölf. Ich muss jetzt eins mit meinem Bett werden. Wünsche noch einen schönen Stream. Danke dir, Buchacho. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich muss auch bald ausmachen, weil ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen. Ähm, und sobald sie Kontakt hergestellt hat, wird sie durch den, ihren Führungsoffizier aktiviert. Erinnerst du dich noch? Wie, bla bla bla. Das gibt uns zu denken, oder? Nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir spielen dieses Kapitel noch zu Ende. Und das Kapitel spielen wir noch zu Ende. Also, je nachdem, wie lange das geht. Kommt ganz drauf an. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weiter? Also, da können wir definitiv nicht weiter. Das, was wir machen wollten, ist... Das, was wir ursprünglich machen wollten, ist ja irgendwie mit dem Seil hoch, ne? Und wir wollten das umgehen, weil er das Seil abgeschnitten hat. Und anders dort hochkommen. Aber da, über diesen Weg, das schaffen wir doch niemals. Ist doch viel zu instabil. Ja, 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 ja. Über einen Baumstamm. Ich habe morgen frei. Schön ausschlafen. Oh, mega schön. Mega schön. Ich habe morgen einen super anstrengenden Tag. Ich habe morgen einen super anstrengenden Tag. Alles Drittjahresfächer. Da geht es nicht mehr entlang. Ich bin ein bisschen verloren. Ich finde nicht mehr das Seil, wo wir ursprünglich... Von wo wir... Dort ist ein Bombenstamm. Links. Sind wir richtig? Dass der weiterredet? Also, ich glaube, wir sind richtig. Weil er redet gerade. Und da ist ein Signal. Also werden wir schon richtig sein. Lokalisierer. Ja gut, aber dafür habe ich heute gearbeitet. Oh, was? Lera Derschneckli, du hast heute gearbeitet. So, ich habe keine Ahnung zwar, wie wir das jetzt gefunden haben, wieso, dass wir jetzt hier sind. Aber wir sind richtig. Ganz viele farbige Seile hier. Ist das? Da ist was? Da ist was? Ich muss jetzt, um die Stromzufuhr zu ihrem Tor ab. Stahl... Äh, Stahlte. Die Lehrer wird langsam wieder... Schalte die Stromzufuhr zu ihrem Tor ab. Hier ist bestimmt wieder ein Rätsel. Ich mag in diesem Spiel die Kombination zwischen... Die, die Kombination zwischen... Jumpscares, aber dann doch Rätsel. Weil die Rätsel, die machen es... Die machen... Die Rätsel machen es ein bisschen spannender. Also die machen es wirklich spannend, diese Rätsel. Ich löse gerne Rätsel. Welcher ist jetzt der Strom? Ich finde es lustig, dass sie das schon so farbig eingezeichnet haben. Ganz nice. Ich mag Rätselspiele. Ich eben auch. Das ist so eine Kombo zwischen... Oh mein Gott, ich habe so Angst, ne? Weil ich habe wirklich Angst bei diesen Spielen ab und zu. Also bei diesem Spiel... Diese Jumpscares sind schon krass. Ab und zu. Aber andererseits kommen dann auch so spannende Orte, wo du so ein bisschen erforschen kannst und so. Also es hat wirklich viel Spannung, das Spiel. Ob Rätsel oder... Ob Rätsel oder Jumpscares. Man ist immer aktiv. Das wird nie langweilig. Außer wenn du so verloren bist wie ich gerade. Dann... Ja. Wieso bin ich dem blauen Seil jetzt hinterher gelaufen, wenn ich jetzt hier absolut nichts finde? Nichts, nichts da. Gar nichts, gar nichts. Müssen wir hier hoch? Kann man das abschießen oder so? Das muss ich doch vielleicht kaputt machen. Muss ich das kaputt machen? Ich bin ein Rätsel, wo man nicht lösen kann, leider. Ah, warte mal. Hier kann man doch hoch. Hier kann man hoch. Ich ein Rätsel? Ist das so? Bin ich ein Rätsel? Das ist möglich. Okay, nice. Gut. Ich frage mich einfach, hier konnte man noch irgendwie weiterlaufen? Finden wir jetzt hier wieder so eine blaue Kiste? Oder kommt hier irgendwas noch hier? Oder wieso kann man hier so weit nach hinten noch weiterlaufen? Was kommt hier? Hier ist versperrt. Mit einer komischen Kutsche. Und was ist hier? Ein versunkenes Haus. Man kann ins Wasser. Normalerweise kann man nicht ins Wasser in dem Spiel. Irgendwas muss noch hier drin sein. Haha. Haha. Wisst ihr? Lera. Trophy Hunter. Trophy Hunter auf der PS4. Lera sucht all die Trophies. Deswegen bin ich mir gewohnt, immer alles zu durchsuchen. Und deswegen finde ich auch immer so Sachen, weil ich wirklich alles schön durchsuche. Immer ganz gründlich. Ist so ein Hobby von mir, die Trophies zu sammeln. Alle Trophies zu sammeln. So, aber jetzt müssen wir herausfinden, was hier der Code ist. Für diese Kiste. Wo ist der Code? Wo bleibt der? Wo bleibt der? Supermarket. Eher als Hype. Also Hype ist auch okay. Gibt definitiv schlechtere Clubs. Hier steht was. Okay, ich hab's gefunden. Hier steht was. Das hätte ich eigentlich schon vorher sehen können. Da hätte ich schon gewusst, dass hier eine Kiste ist. x gleich c. Ist das ein x gleich c? Noch eine Kiste mit Klopapier drin. Yes! x gleich c, oder? x gleich c, so. Jetzt kommt die Frage, wo wir hier eigentlich sind. Gibt's nicht einen Ort, der heißt irgendwie Sümpfe oder sowas? Der ist irgendwie bei den Sümpfen. äh, Karte. Wart mal. Wo waren wir jetzt schon überall? Da hinten war das bei der Höhle. Das war das vorher. Jetzt kann es entweder nur das sein, das oder das. Da wir relativ nahe an dem x dran sind, wo wir vorher gemacht haben, das war das im Wald, muss es entweder das oder das sein. Entweder beim Waterfall, Burnt, irgendwas. Oh, Burnt. Das könnte das Haus sein. Ich glaube, es ist das. Das ist ja ein verbranntes Haus, oder nicht? Oder ist es bei den Ruinen? In der Nähe von... Nee, ich glaube, da wäre in der Nähe vom Höhleneingang. Sind wir in der Nähe von der Höhle? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind hier. Ich glaube, es ist K5. Ich glaube, es ist K5. Das heißt, I, V, O, D, J, I. Das heißt, I ist N, V ist A, Oh, das macht Sinn, die Kombo. O ist T, D, ist das ein D? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. D, J, ist O. Oh, ich glaube, es heißt Nation. I, 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 ja, Nation. So, wir sind am richtigen Ort. Welches Kapitel sind wir hier? Ich glaube, es ist Kapitel 7. Ich bin in Kapitel 7. Moment mal. Sehe ich das irgendwo? Bei seinem Tagebuch oder so? Ich glaube, wir sind Kapitel 7. Also, wir haben nicht mehr so extrem viel weitergemacht als gestern, Hex, weil die Kapitel dauern relativ lange. Also, das von gestern. Ich glaube, wir haben noch, ein Kapitel haben wir gemacht in einem Irrenhaus, also in dem, in dem Irrenhaus. Ein Kapitel in einer Höhle. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein weiteres Kapitel ist oder ob das immer noch dazu gehört. Ich glaube, das gehört immer noch dazu. Das heißt, wir wären jetzt, glaube ich, bei 7. Kapitel 7. So, Nation heißt das Wort. Nation. Nee. Besser, andere Richtung. Schneller. Ja. Nation. Gute Nacht, Topley. Schlaf gut. Tada. In ist Wirtshaus. Ah. Aha, ich dachte, das wäre weggebrannt. Danke dir. Das ist also ein Wirtshaus, wo wir jetzt sind. Ich dachte, das wäre weggebrannt oder so. Also, es sieht aus, als wäre, weil das B nicht ganz ist. Ich dachte, der ganze Anfang hier ist weg. Okay. Okay. Nice. Let's go. Kiste. Nee, ich hätte fast vergessen, das Klopapier mitzunehmen. Ich hätte fast vergessen. Alle Enthüllungen haben mich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe damit angefangen, meine eigenen Beziehungen zu analysieren und Listen von Menschen zu erstellen, die theoretisch involviert sein können. Darunter selbst die Schläferagenten. Schläferagenten haben nicht nur unsere Sprache, sondern auch unseren Lebensstil verinnerlicht, wodurch es beinahe unmöglich ist, sie von unseren eigenen Leuten zu unterscheiden. Es gibt jedoch Anzeichen, auf die du achten solltest. Denke immer darüber nach. Ist dir jemals aufgefallen, dass Geschichten über Kindheit oder Jugendlücken, okay, selbst das kreiste Detail könnte entscheidend sein? Ich habe danach gefragt, bin mir aber nicht sicher, ob sie mir wirklich die Wahrheit gesagt hat. Sogar sie kannst du das glauben. Das Ganze reicht bis ganz nach oben. Okay. Okay. So, zurück zu den Weihers. Sich Klopapier leisten zu können, muss toll sein. Bitte. Rolling Rocks. Zeig mir, dass das nicht wahr ist. Sag mir, dass das nicht wahr ist und dass du bitte nicht an dem Klopapier sparst. Bitte. Gämmere Mascara. Es gibt einen Mascott, Flori. Es gibt einen Club, der heißt Mascott. Besser als eure Clubs in der Schweiz. Also, also, also. Die Schweiz hat die größere Lammpartys. Die Schweiz hat der größte Ball. An den werde ich gehen. Ich bezweifle das. Irgendwo muss man sparen. Aber bitte nicht an Klopapier. Come on. Bitte nicht an Klopapier. So, also. Zurück zum grünen Weihers. Mal schauen, was, äh, wie wir hier hochkommen. Ah, wir können hier einfach um, das alles umrennen. Ist schon schön, wenn man einmal ein bisschen, äh, ein bisschen ruhiger chillen kann und nicht so Angst haben muss. Eigentlich wäre das ein guter Punkt, um, um dann Schluss zu machen und nicht so voll nach einem Jump-Scare. Eigentlich. Aber ich habe ja gesagt, ich spiele das noch zu Ende. Also, nicht das ganze Spiel, aber da, wo wir jetzt dran sind, das machen wir schon. So. Ab mit dem. Was? Noch einer? Echt jetzt? Ich dachte, das waren nur zwei. Okay. Hm. Nicht sterben, bitte. Wir haben jetzt das Hive. Wandern, Supermarket. Ist viel geiler. Dominik, hallöchen. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Horrorspiel. Ähm. Hat aber auch viele Rätsel. Also, momentan sind wir gerade an einem Teil, wo ein bisschen mehr Rätsel ist wie Horror. Es ist ein bisschen wie Resident Evil. Resident Evil ist ja auch so, dass man Rätsel lösen muss. Hä? Ah, da fehlt noch. Ja, aber... Aha! Das rote Kabel hier haben wir nicht gesehen. Okay. Da innen, oder was? Momentan ist es ein Rätsel, wie... wie... ...Jumpscares. Aber wenn es mal Jumpscares kommt, wenn wieder mal der Horror-Part kommt, dann... ist der richtig... Also, dann geben sie Vollgas. Echt. Einer der schlimmsten Jumpscares, die ich je hatte, hatte ich in dem Spiel. Ging in die Hose. Nee! Das war ein Versuch, witzig zu sein. Rolling Rocks! Es ging wortwörtlich in die Hose. Alles gut. Rolling Rocks, alles gut. Du bist hier bei der Leder-Army, dann ist es kein Problem, wenn mal was in die Hose geht. Ich meine, ich habe gestern ein Kleid... ein Ballkleid-Bild von mir in den Studiengangs-WhatsApp-Chat geschickt. Also, von dem her... peinlicher geht es nicht, glaube ich. Der ganze Studiengang hat ein Bild davon bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wie... Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe das nie dorthin geschickt. Ich weiß nicht, ab und zu hat WhatsApp so ein komischer Bock. Da schickt es einfach irgendwie... Keine Ahnung. Aber ja. Sind wir froh, es hätte schlimmere Bilder geschickt werden können. Hier ist was. Kann man das aufmachen hier? Kann man nicht. Schade. Kann man nicht. Schade. Okay. Okay, jetzt ist Zeit für meinen Tipp. Wenn du Graveyard liest, dann geh mal in die Richtung und schau dich um. Okay? Dominik, danke dir ganz herzlich für dein Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was halt, dass die Follow-Commons bei mir momentan nicht funktionieren. Die Follow-Alerts. Die sollten eigentlich funktionieren. Kein Plan, weshalb es nicht geht. Aber ich habe es gesehen. Danke dir ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Graveyard. Graveyard. Die Frage ist, ob ich das Graveyard finde, ne? Das Schild mit Graveyard. Das ist die Frage ein bisschen. Schlimmere Bilder, Lera. Oder was machst du denn für Fotos? Ich meine allgemein. Ich meine allgemein. Ich mache nicht solche Fotos, wo du halt im Kopf hast. Aber ich meine im Allgemeinen. Man weiß, es gibt Menschen, die machen solche Bilder. Und für die könnte es ziemlich, es hätte schlimmer rauskommen können, ne? Du hast das Schild gerade verpasst. Wirklich jetzt? Okay, dann gehe ich nachher zurück. Dann gehe ich nachher direkt zurück. Schau nur hier kurz, was ich hier alles... Das ist diese Map. Schau ich nur mal, was ich hier alles finden kann in diesem Haus. Das sieht eigentlich ganz gemütlich aus, das Haus. eine Lupe. Kann man leider nicht mitnehmen. So, so. Du wirst mir sagen, ich bin hier alles hochgerannt für nix. Da ist nix, oder was? Da ist nix in diesem Haus. Außer eine blöde Pfanne. Zum Rumschmeißen. Wirklich jetzt? Really? Really? Was wären wir denn hier den ganzen Weg hochgerannt? Da ist doch gar nix. Hi. Take care of the forest. Okay, das scheint ein Haus von einem Förster zu sein, oder so. Wirklich komisch, dass wir den ganzen Weg für nix hochgelaufen sind. Kann man hier durchschauen vielleicht? Aha. 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 Jetzt sieht er sicher, wie sie irgendwie entführt wird, oder so. Never mind. Das war jetzt der Stalker Level over 1000. Von hier aus hat er jetzt seine Frau gestalkt. Alles klar. Wow. Das war jetzt Stalker Level over 1000. Vergiss nicht, dass du einen Lokalisierer hast. Ja. Ja, der hier, oder? Das meinst du? Das da? Hey, bist du immer noch live? Natürlich, du kennst mich doch, Fat Corp, man. Das Haus ist voll zugemüht. Lera sieht gemütlich aus, ganz wie in ihrem Zimmer. Es sieht wirklich gemütlich aus. Also, ich würde hier pennen. Lieber als in dem einen, äh, in der Mine, wo wir vorher waren, oder in diesem Psychohaus, wo wir vorher waren. Lieber dort. Lieber als dort. Definitiv. Ja, stimmt. So, also, wir müssen zurückrennen. Irgendwo bin ich am Schild vorbeigerannt. Anscheinend. Es ist halt blöd mit dem, ähm, Ja, hier ist was mit dem Lokalisierer. Ich höre es schon. Eigentlich wären wir hier richtig. Aber ich wollte eigentlich jetzt zuerst dieses Schild finden, wo du mir gesagt hast. Ah, hier? Das hier? Ja. Graveyard. Hier reinrennen. Nicht wahr? Geh mal in die Richtung und schau dich um. Let's go. Schauen wir mal. Ob wir hier was finden. Statuen. Das können wir aufschneiden. So rote Büsche können wir immer aufschnitzen. Graveyard. Warte hoch, kommen wir nicht mehr. Umrennen vielleicht? Hey, da kommst du mit am Samstag zu Laser-Attack-Spielen. Oh, geil. Laser-Attack ist mega geil. Naughty, wie geil. Das könnte ich machen so als Geburtstagsparty. Laser-Attack. Aber schreibt man das so, dass sie... Dann schreibt das doch anders. What the fuck? Dann schreibt das doch anders. Okay, er hat sich das vorgestellt. Das ist nicht Emma. Wir haben Emma vorher gesehen. Sie war im Haus. Sie kann nicht so schnell jetzt hier sein. Das ist sie nicht. Das ist eine... Das stellt er sich mal vor. Oh, shit. Das... Das heißt, er heißt Stevenson zum Nachnamen, oder? Brasil-Laser. Horror kann ich gar nicht. Findest du nicht? Äh, Laser-Laser-Dings? Oh, mein Gott. What the fuck? Das ist creepy. Sie ist hier in ihr eigenes Grab reingestiegen. Oh, mein Gott. Walter-Gilman. Walter-Gilman. Der Name kommt mir bekannt vor. Wer war denn das nochmal? John Norton ist der... der... der Richter. Aber wieso ist Emma drauf? Das ist ein kleiner Geheimbereich. Ich danke dir für den Tipp. Megaspannend. Laser-Tag wird geschrieben. Denke ich eher... Ja. Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Du mit deinem Tech... Tech... Techno. Laser-Techno, du. Kapelle? Können wir hier zur Kapelle? Aber... 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 Aber dann kann ich nicht mehr zurück. Erstmal hier noch gucken, was es hier gibt. Was ist denn das für ein komischer Name? Was ist denn das für ein komischer Name? Sind das Spieler? Das heißt, irgendwo wird hier auch X-Brasilera-X stehen. Die gestorben sind im Spiel? Twitch.tv Condor? Mr. Worldwide. Hä? What the fuck? Ich komme überhaupt nicht drauf. Hentai Fox steht hier irgendwo. Wirklich? Gibt es diese... Shehan Hotboy? Also, ich will mal gucken. Condor 9165, ob es den gibt. Condor 9165. Gibt es denn? Ältere Videos. Condor on the wire. Nein, ich sehe das nicht. Ich sehe... Ich sehe keinen Condor mit dem Namen. 9165. Ich habe das schon richtig abgetippt. Also, Twitch.tv. Condor 9165, oder? Es findet ein... Nein, es findet kein Kanal. Es findet kein Kanal. Ah, du kommst aus der Schweiz? Ja, ich bin Schweizerin. Genau. Hotboy. Kickstarter. Einmal hat mich jemand aus Deutschland besucht, als er mit seiner Freundin eine Woche lang in der Schweiz war. Wie, wie meinst du? Also, ich verstehe jetzt nicht ganz. Er war eine Woche mit seiner Freundin in der Schweiz und dann kann man dich in Deutschland besuchen, oder wie? Das sind Kickstarter-Unterstützer. Schau dir mal alle Grabsteine an und schau, ob dir ein Besonderer auffällt. Das ist sicher er selber. Er wird sicher sein eigenes Grab finden. Wenn er Emma gefunden hat, dann findet er bestimmt sich selber auch, oder nicht? Aber ja, Unterstützer. Aber den gibt es gar nicht mehr. Also, Condor? Ich habe kein Clutch.tv Condor 9165 gefunden. Habe ich nicht gefunden. Aber interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Hentai Fox. Lego Legend. Geiler Typ. Chopsay. Oh. Jetzt hätte ich Bock auf Chopsay. Das sind keine Twitch-Namen. Aber hier hat er ja geschrieben. Twitch.tv Condor. 9165. Das ist ein Twitch-Name. Ota. Deathmull. Das klingt alles wie... Klingt alles. Ah. M gleich W. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. M gleich W. Das machen wir gerade. Aber geiler Ort. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. M gleich W. Super geil. Wirklich super geil. Ich bin ziemlich begeistert von diesem Spiel. Momentan bin ich absolut begeistert von diesem Spiel. Wirklich. Sehr interessant. Haben wir dann zusammen in meiner Wohnung gezockt. War richtig happy, als er vor meiner Wohnung stand. Wir haben zusammen gespielt und uns angefühlt. Super süß. Hey. Rolling Rocks. Das ist super süß. Das ist eben... Das zeigt, dass... Zocken eigentlich was Soziales ist. Zocken ist eigentlich was Soziales. Ich habe auch so viele Leute kennengelernt durch Zocken. Das ist eigentlich etwas mega Tolles. Auch wenn es immer schlecht geredet wird. Aber es ist so schön. So, also. Wir haben das, das und das. Das nehme ich mal an. Das ist der Friedhof mit dem Totenkopf. Okay. Dann haben wir H2. H2. Fuck, 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 fuck. Notizen. Karte. H2 ist I, U, I, U, S, K, H, U. Okay? Entschlüsseln wir kurz. I ist gleich S, I, U, E, S ist gleich C, K ist gleich U, H ist gleich R und U ist gleich E. Secure ist das Wort. Secure. So. Nee, Hex, ich habe nicht gesagt, dass ich das Game heute fertig mache. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich es wahrscheinlich nicht fertig machen kann, weil es so lange noch dauert. Ich will, ich will alles von dem Game sehen. Ich will all diese Kisten aufmachen. Das, ich mache kein Speedrun. Aber früher wurde Zocken noch schlechter dargestellt. Ja, das stimmt. Was? Das war jetzt mega laut. Jetzt sind alle wieder wach. Vielen lieben Dank. Kennt einer hier BDO? Ja, ist das eine Musikband oder so? Ein Interpret BDO? Kann das sein? Fat Cartman. Now the most important thing, they've got their people in hospitals and police stations too. Remember when one of ours had an accident and it was put in a ward with a minor faithful tour. Wisst ihr was? Wir können es auch auf Deutsch lesen. Es ist, er ist am nächsten Tag gestorben, angeblich wegen einer Embolie, die zu spät diagnostiziert wurde. Sie beseitigen uns, wann auch immer ihnen die Chance bietet. Wenn du unerwarteterweise auf einen Polizisten, Rettungshelfer oder Sheriff treffen solltest, der keinen triftigen Grund für seine Anwesenheit angeben kann, dann kannst du dir sicher sein, dass sie dich im Visier haben. Du kannst keinem vertrauen, weder deiner Familie noch deinen Vorgesetzten, nicht einmal deinen Kollegen. Meine Tage sind gezählt, doch ich hoffe, dass sie es nicht schaffen, dich zu kriegen. Okay? Ah, Black Desert Online. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Also, ich habe es natürlich auch schon gehört. Black Desert Online habe ich natürlich auch schon gehört, aber selber gespielt habe ich es nicht. Black Desert Online. Black Desert Online. Black Desert Online. Sind das alle so... Ich kenne diese Namen. Sind das Streamer? Frank Lara Croft und KS. What the fuck? Julian Kampfe. Nikto. Schade, das ist ein geiles MMO. Weil du mal WoW gezockt hast, kann ich sie empfehlen. Okay. Ich dachte, deine Freundin, die zockt das auch, oder nicht? Julian Mobile ist einfach tausendmal besser als BO4. Ich finde nicht. Ich finde nicht. Nein. Ich finde nicht. Dort zockt mega viele Bots. Das nervt mich. Ich finde irgendwie Level 11 oder so. Und trotzdem finde ich immer noch viel zu viele Bots. Die können gar nichts in diesem Spiel. Das ist voll langweilig. Irgendwie. Vielleicht habe ich einfach ein zu tiefes Level. Ich weiß nicht. Wenn mein Level höher wird, vielleicht wird es dann besser. Könnte sein. Soll ich jetzt wieder runter? Oder habe ich noch was verpasst? Oder sollte ich hier noch irgendwas abchecken? Gott sei ein Leid. Hallöchen. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Danke. Langsam werde ich müde. Langsam werde ich müde. Aber ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Bei dir auch alles klar? Und ja. Wie gefällt dir das Spiel? Ich bin mega begeistert. Ich finde es fantastisch. Ich finde es fantastisch. Ah. Jacob Heid ist auch hier. Jacob Heid. Die sind alle gestorben. Aber es ist lustig, dass sie überall am gleichen Ort vergraben sind. Was ist das für ein Kreuz hier? Da ist sicher ein Easter Egg irgendwo. Da ist bestimmt irgendwo ein Easter Egg. John Norton. Ja. Die sind alle am gleichen Ort begraben. Das ist schon lustig. Habe ich alles gesehen? Wie weit bist du? Wir sind bei Kapitel 7 wahrscheinlich jetzt schon durch. Ich schlafe auch gleich ein. Okay. Schade übersehen. Was habe ich denn übersehen? Was habe ich übersehen? Sag es mir. Beim Obelisk oben gab es noch einen Grabstein, den ich toll finde. Aber ich würde dich nicht länger aufhalten. Nein. Nein. Den schauen wir uns an. Hier. Ich will den ja finden. Ich will den ja finden. Ich will den ja finden, den Grabstein. Welcher denn? Was habe ich denn übersehen? Obelisk? Sir Glaukom? Nicht am Rand. Ganz in der Mitte. Hier. Den hier. Gute Nacht, Rolling Rocks. Schlaf gut. Bei einem Baum nahe dem Obelisken. Das hier. Loll. Loll. Geil. What the fuck? What the fuck? Ehnlich, oder? Wieso denn das? Loll. Warst du auch einer von den Supportern? Wie geil. Wie geil. So geil. Warst du also auch einer von den Kickstarter-Supportern? Ach, wie geil. Voll der VIP. Der dumme Erle. Ist ja geil. Ich bin schade, aber ich dachte, da kommt jetzt ein Nude oder so. Aber ich meine, was für ein Auftritt. Sein Name steht in einem Game, wo ich gerade streame. Also ich meine, schon krass, ne? Schon krass. Heftig. Hab ein bisschen Geld locker gemacht. Geil. Aber geil. Echt geil. Echt geil. Muss ein geiler Moment sein, wenn du so am Zocken bist und den findest, hey. Das mit dem Scanner war etwas komisch, oder? Ja, das mit dem Scanner ist ein bisschen speziell. Ja. Ja. Aber. Ich finde es auch interessant. Ja, klar. Es kann nicht immer perfekt sein. Das mit dem Scanner ist jetzt für mich auch ein bisschen vielleicht too much. Aber zum Glück musste man das nicht immer, also anwenden, ne? Ist nur ab und zu. Vielleicht ging es halt nicht anders, um gewisse Punkte zu finden. Die wollten das vielleicht genug einfach machen für die Leute. Möglichst einfach. So, wenn wir vom Teufel sprechen. Der Scanner. Geil. Du Mörle. Voll geil, Mann. Wie viel hast du gezahlt, wenn ich fragen darf? Wie viel hast du reingesteckt, wenn ich fragen darf? Send Nudes. Wenn man so eine eigene Nachricht reinstecken könnte. Wisst ihr, wie geil das wäre? Einfach so wirklich. Der Lordi wird sofort schreiben. Send Nudes. Der Scanner macht doch schon irgendwie Sinn, wenn man durch ist. Okay? Mal gucken. Mal gucken. Ich finde, es ist halt eine einfallsreiche Methode, die Leute, also es ihnen ein bisschen einfacher zu machen, die Sachen zu finden, ne? Aber es ist mir vielleicht ein bisschen zu abgespaced. Aber ich finde es weiterhin nicht schlimm. Also ich habe weiterhin kein Problem damit. Ich bin total begeistert von dem Spiel. Ich bin wirklich total begeistert. Sehr, sehr begeistert von dem Spiel. Okay, vielleicht kann ich durch das Haus hier irgendwie durch oder rein. Nee, es ist leider zu. Wie steht hier? Steht hier was? Da kann man auch nicht durch. Okay. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ist schon, schon ein geiles Gefühl. Schon ein geiles Gefühl. Heftig. Also wenn mein Name in einem Spiel wäre. Signal ist coming from the tower. Ah. Vorher haben wir das nicht gecheckt auf dem Tower. Ähm, wenn mein Name jetzt... ...stehen würde in einem Spiel. Ich wäre so richtig geirrt. Ich wäre so richtig geirrt. Aber ich frage mich immer noch... ...der Emma ihren Namen. Wieso, dass der dort steht. Das hat er sich einfach eingebildet, oder? Das war sein Gehirngespenst. Er hat ja auch Emma auch nicht gesehen, oder? So, deswegen mussten wir in das Haus drauf, wo nichts ist irgendwie. Okay. Äh, gehen wir mal rein. Vielleicht drin. Für immer verewigt. Mega geil. Mega geil. Oh nein, jetzt müssen wir so Anomalien abschießen. Wo sind die blöden Anomalien? Da ist eine. So. Da kommt noch mal eine. Und da hinten ist noch was. So, okay. Let's go. Können wir das jetzt scannen? Ich frage mich, für was dieser Impuls ist. Er hat hier was versteckt. So, so. Hinter der Tafel. Das haben wir vorher nicht gesehen, wo wir hier waren. Oh. 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 C-A-W-I-N. Cabin. Ich hoffe, dass ich damit die Türe zur Hütte dort unten öffnen kann. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Das könnte sein. Was ist das für ein Spiel? Ein Horrorspiel? Ein Horrorspiel. So ein bisschen wie Resident Evil. Horror-Rätsel-Spiel. Beides. Ich bin ruhig. Du stellst gute Fragen, aber ich werde nicht spoilern. Okay. Das ist schön. Das ist sehr schön. Damit ich das Spiel vollständig genießen kann. Aber ich muss sagen, Domerle hast du wirklich gut gemacht. Du hast dort geredet, wo ich finde, war es angebracht. Oder war es genau richtig. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich diesen Friedhof kennengelernt habe. Dass ich den gesehen habe. Danke dir auch, dass du gefragt hast zuvor. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mache es wirklich sehr gut. Oh Gott, jetzt fühle ich mich geirrt. Jetzt fühle ich mich so richtig geirrt. Okay, das kennen wir ja schon. Ist es das Signal? Ne, da ist noch mal was drin im Haus. Es stand, der Schlüssel ist für Kabin. Was auch immer mit Kabin gemeint ist. Dort hinten war noch ein Schlüssel. Ein Schloss. Das ist es. Okay. Äh, wir sind bei 90%. Aber es ist bestimmt hier was. Ja. Okay. Wegstecken, das müssen wir irgendwie aufmachen können. Äh, okay. Wir müssen herausfinden, wie wir das öffnen können. Wirklich jetzt? Bist du wirklich hier jetzt rein? Oder was? Ja. Ich bin hier mit dem Computer ein. Ich frage mich, was diese Dinger da außen sind? Da ist sicher was. Da ist bestimmt was noch da außen, wo wir machen müssen. Okay, also. Code zum Computer eingeben. Vielleicht mit dem hier. Okay. Sortieren, um versteckte Botschaft zu finden. Alle drei wusste dieser Misskerl. Sogar, dass wir ein Kind erwarten. Oha. Okay. Ähm, ich vermute, es ist oben. Es gibt noch einen zweiten Stock, das ist bestimmt nicht im unteren. Was ist das? Hä, was kann ich mit dem an? Aha. Aha, okay. Wir suchen also nach einer Diskette. Lost. Ich wäre nicht so sicher. Hat er die Kopie erwähnt? Ich sollte darüber nachdenken, dass er vorher schon über das gedacht hat. Er weiß bereits mehr, als wir ihn wollten. Der Handler ist beschäftigt. Wir haben eine sehr große Konversation vor uns. Wer ist all das hinter dem? Seit wann haben sie das gemacht? Wenn sie mich aufbauen hatten, warum haben sie die Telegrams vorher? Okay, also hier ist nochmal so ein Bericht, wie er sie ausspioniert. Ich muss gucken. Ah, das ist mein PC. Ich muss gucken, was für Zeit wir haben. Ähm, ja, bald Zeit ins Bett zu gehen für mich. Okay. Es ist bald Zeit ins Bett zu gehen für mich. Ähm, hier sieht man, wie er ausspioniert wurde. Homegame, Elge, Wario. Ja, heißt auf Durkloch. Der Bereich ist ein bisschen versteckt. Heißt Cabin, nicht Hütte. Ich hab keine Ahnung. Also ich hätte gedacht, es heißt irgendwie Kabine oder sowas. Aber keine Ahnung. Ähm, es ist nicht seine einzige Lüge gegenüber seiner Frau. What the fuck? Als sie ihn fragte, ob er die erste Nacht in einem neuen Haus gut geschlafen habe, loge er sie an und sagte, ja, er schläft gerade mal einmal fünf bis sechs Stunden am Tag, manchmal auch weniger. Es ist nicht seine einzige Lüge gegenüber seiner Frau. Emma hat jedoch auch ihre eigenen Geheimnisse. Beide geben an, sich gegenseitig vollständig zu vertrauen. Doch das ist nicht der Fall. Heutzutage kann man niemandem trauen, nicht einmal sich selbst. Was sind das für komische Notizen? Welcher Spion schreibt sich so einen Scheiß auf? Welcher Spion schreibt sich so einen Bullshit auf? Aber, ja. Das heißt, er wurde wirklich nonstop ausspioniert. Ah, das ist so ein Dunkler zu machen. Also wir suchen definitiv eine Diskette. Ah, hier ist's. Das müssen wir hier hinschieben. Die finden wir bestimmt oben. Aber wir können das ja schon mal ready machen. Wir können das ja schon mal auf dem Projektor. Warte mal, ich glaube, das müssen wir weiter nach vorne. Äh, was soll das? Na? Falsche Siete. Egal warum, Bro. Nein, es ist Mon oder so. Hey, wieso geht das nicht nach vorne? Wieso? Wahrscheinlich muss ich es so ziehen. Komm schon. Läuft auch ohne Strom. Ja, läuft bei dem. Mit Batterien, weißt du. Ja, absolut. Das ist die moderne Zukunft. Man braucht keinen Strom mehr. Okay. Schon ein bisschen creepy wieder. Jedes Detail. Wieder jedes... Okay. Thermo irgendwas. Okay. 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 What is that son of a bitch up to? Rotian? Verkommit? He is still confused. He doesn't know what my action means. He doesn't understand why I'm doing all this. He thinks I've got bad intentions. He thinks I've got bad intentions. She thought something happened to him. Called for help. In critical moments, it's easier to expose someone's true intentions. I can see and hear everything. No details can escape in my notice. The Cold War isn't just about nations. It concerns individuals too. The iron still stands between us, but soon it will be raised. Ah, the Iron Curtain. Von dem haben sie schon vorher geredet. Die... Die... Die Eisenwand. Okay. Aber in diesem... In diesem Dokument sagt er eigentlich, dass er nichts... Ihnen nichts Böses will. Krass. Den Dioprojektor hatte ich gar nicht gesehen. Ich bin per Zufall drüber gestolpert. Das oder so kann ich. Nein, wirklich jetzt. Aber heute... Heute spät. So, was steht hier? Hat etwas unter einem Brett gefunden, als er einige Kartons zum Dachboden brach. Wieso ist es so groß-kleingeschrieben wie ein kleines Kind? Was er gefunden hat, ist viel wichtiger, als er vielleicht denkt. Er sieht manchmal aus, als ob sie Angst vor etwas hat. Sieht manchmal aus. Ah? Ah, Adam. Also er hat etwas unter einem Brett gefunden. Als er einige Kartons zum Dachboden brachte. Ah, das Ding, das Tagebuch. Er hat mit D gesprochen, habt aber noch immer im Dunkeln. Auch eine weitere Person hat Verbindung zu D aufgenommen. Sagen wir mal, sagen wir mal, ich habe überall Augen und Ohren. Okay. Also, dass er komplett ausspioniert wird, das haben wir jetzt langsam verstanden. Das wissen wir jetzt langsam, aber anscheinend wissen die Bescheid wegen dem Tagebuch, also von der Geschichte, was zuvor passiert ist. Weil sie sagen, dass das, was er gefunden hat, also das Tagebuch, viel schlimmer war, als, also viel wichtiger ist, als er sich denkt, ne? Ob alle kleinen Buchstaben einen Satz gibt. Oh, Hex, das wäre eine Idee. Stimmt, das wäre eine Idee. Ähm. Das, der Zettel hier, das könnte man vielleicht mit dem Thermo-Dings da lesen. Das ist doch so eine Thermo-Passe, wo man drüberlegen kann. Oder streicht kann man... Meine Intuition sagt mir, dass er versucht, etwas mitzuteilen, aber ich kann die Wörter nicht lesen. Ich muss sie zuerst entschlüsseln. Ich nehme das mal mit. Vielleicht kann man das mit diesem Thermo-Dings da mitnehmen. Kryptografie. Lesen. Nach links, nach rechts. Ähm. Das kennen wir ja. Das ist mit dem Thermo. Thermo, das Pigment. Das ist genau das hier. Thermochromes Pigment, eine Substanz, die ihre Farbe, den Temperaturanstieg oder Abfall verhindert. Thermochromismus wurde erst mal in den frühen 90er, 70er Jahren entdeckt. Als Wissenschaftler feststellen, dass einige Moleküle oder Kristalle, je nach Temperatur, unterschiedliche Formen annehmen können. Die nur in einer optischen Eigenschaft variieren, wodurch sie nur bei bestimmter Temperatur sichtbar wurden. Unsichtbare Tinte. Genau. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Den Zettel, wenn man diese Paste drauf macht, vielleicht kann man denn was lesen. Das probieren wir nachher unten, ähm, unten bei diesem, bei dieser Paste. Okay. Ist sonst noch irgendwas da oben? Maybe I should check what this button does. This button? Which button? Welcher button? I bet... Ah, das hier. Ja, schauen wir mal. On. Oha! What the fuck? Okay. Sind das meine Fußabdrücke? Nein, ne? Komisch. Also, äh, schauen wir mal kurz, was, äh, was Hex gesagt hat. Das ist ein Punkt. Vom Spion hinterlassene Seite. Das ist es nicht. Notizen. Äh, das hier. Rotieren. Aber man kann es nicht wirklich, man kann es nicht wirklich hereinzoomen, ne? Man kann nicht wirklich hereinzoomen. D H E Das ist Die kleinen Buchstaben, hast du gesagt? A, D, A A, da Adam Oh, du hast recht. Das ist schon sein Name. Genau, die ersten vier kleinen Buchstaben. Ja. W W W W W W Also, Adam W We Weiß Weiß No, ich fühle mich wie so ein kleines Kind. Gott, Sunlight, danke dir für den Follow. Vielen lieben Dank, herzlich willkommen. Sorry, dass die Soundcommands gar nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht, was mit Streamlabs los ist. Also, No, noch Nie Nichts Nichts Von 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 was? Von mir. Ah, Adam weiß noch nichts von mir. Das heißt, Adam weiß noch nichts von mir. Das hat bestimmt komisch gewirkt, wo ich das gelesen habe. Ja, das, wenn man, wenn man gar nicht rauskommt, was ich hier mache, dann ist das ziemlich komisch wahrscheinlich. So, der Zettel ist hier. Mal gucken, was es hier gibt. C1, oder? Das ist ein C1. C1, okay. So, und jetzt mit dem Fußabdrücken können wir eigentlich schauen, wo er vielleicht diese Sache versteckt hat, wo wir suchen. Was ist denn das? Hinter dem Bild? Ah. A3. Also, ein C1 haben wir gefunden. Aha, das ist der Ort, wo wir hinschauen müssen. Das sind Orte, wo wir hinschauen müssen. Ich glaube, da bei dem Punkt müssen wir stehen. Und dann sehen wir D2, D3. Ich kapiere jetzt überhaupt nicht, was wir mit dem Rätsel wieder anfangen sollen. Hier stehen A3 und hier steht 3-1. Plus 3-1. Und hier steht C1. Ich habe irgendwie gehofft, es gibt was Sinnvolles, aber es gab keinen Hinweis. Ja. Also, man muss hier an diese Orte stehen, ne? Hier. D2. D3. Aber hier was reinmachen, Aber das finden wir nicht wirklich, ne? Hier kann man was reinmachen. Also, auf dem Ding, auf dem Hellrum-Projektor steht 3-1. D1. D1. Schöne Instagram-Fotos von dir. Dankeschön. Danke, danke. Jetzt geh mal. Hier ist ein D. Hier fangen die Fußstapfen an. Hier ist noch was. So ein blödes Buch. Ich hätte gerne diese Diskette gefunden, wo in den Hellrum-Projektor reinkommt. Aber vielleicht brauchen wir die gar nicht. Vielleicht gibt es die gar nicht. Vielleicht ist es nur, dass wir das 3-1 sehen, wenn wir den Hellrum... Aber den Hellrum... Nee. Also, diesen Projektor. Sorry. Ich sage immer Hellrum-Projektor. Ja, diesen Projektor. Der wäre total unnötig eigentlich. Seht ihr? Das 3-1 steht so oder so hier. Irgendwo muss eine Diskette sein. Irgendwo. A gleich Zahl für PC. Ja, genau. Genau, das habe ich mir auch überlegt. Wir kommen hier hin. Erster Schritt. Wie viele Zahlen... Wie viele Passworte... Das sind 4. Okay, 4. Das heißt, es wäre A3, A3 wäre das Erste. Das Zweite wäre D2. Und dann verstehe ich genau nicht, wie weiter. A3, D2. Das hier haben wir eigentlich zugemacht, glaube ich. D2, A3, D2. Aber das da verstehe ich auch nicht ganz. 3. 3-1. Plus 3-1. Ist es? Ist es? A3, D2, 3 und dann das hier? 3-1, also 2. Wie oft streamst du so die Woche? Ich versuche zweimal die Woche zu streamen. Aber ich studiere, deswegen habe ich nicht immer Zeit. Gute Nacht, Wally Power. Schlaf gut. Gute Nacht. Also, A2 wäre J, ne? A2 wäre J. D3 wäre Q. und was steht hier A gleich Fragezeichen? 3-1. Minus vor dem A. C1 noch. Stimmt. Stimmt, Lordi. Lord Nuts. Danke, das habe ich ganz vergessen. C1. Genau. Aber eine Kombo fehlt noch. Eine Kombo fehlt noch. Come on. Ich dachte, jetzt hätte ich es endlich gefunden. Da ist doch nicht einfach eine Hand für nichts, oder? Ich verstehe es selber nicht mehr. Minus vor dem A. Das Rätsel will ich auch lösen, aber danach muss ich schlafen gehen. Also. Plus. Ah, 3i. Das könnte ein i sein. Okay, never mind. Es gibt keine i's. Es gibt keine i's. B wird man ausrechnen müssen. Wieso wird man B ausrechnen müssen? 3L. Gibt es auch nicht. Es gibt nur A, B, C, D. Und wir haben hier alles versteckte Buchstaben. Also, A, 3i. D, 2i. Das wird wahrscheinlich B, 3i sein. Und das andere ist das C, oder? Es kommt alles nur einmal vor. Jeder Buchstabe kommt nur einmal vor. Genau. C, 1i. Also, jeder Buchstabe kommt nur einmal vor. C, 1i. Ich habe es verstanden. A, 3i. D, 2i. Nur jetzt ist die Frage wegen der Reihenfolge. Das ist die Reihenfolge. Also, was die Reihenfolge ist. Das ist auch die Frage. Und das hier wird wahrscheinlich B, 3i sein. Da ist das B. B, 3i. D, 2i. Und A, 3i. Und was das mit 3-1 ist, verstehe ich nicht ganz. Irgendwo ist bestimmt noch ein Via versteckt. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Dass wir etwas übersehen haben. Hier vielleicht. Hier haben wir nicht so gründlich gesucht. Aber ja. Versuchen wir das mal, was wir hier gefunden haben. Jeder Buchstabe kommt nur einmal vor. Das heißt, das wird B sein. B haben wir. Aber was das 3-1 bedeutet, verstehe ich nicht ganz. Das hier wird das B anzeigen vielleicht. Ah, B. Ja, aber das wäre wieder I, oder? B, I. Aber B, I, das gibt es ja nicht. Oder? Oder habe ich es falsch verstanden? B4, weil 1, 2, 3 schon weg sind. B4, könnte sein, könnte sein, könnte sein, B, B haben wir ja gesagt, wäre 3 plus, aber das wäre 5. Ach, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir probieren es jetzt einfach mal. Äh, A3. A3 ist T. B, ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt in der Reihenfolge eingeben muss. Also, welche Reihenfolge? B3 wäre W. Macht das Passwort im Sinn? Ich glaube nicht. C1 ist M. Ja, die Zeit reicht nicht mal. Ich muss kurz warten, bis es zurückgesetzt wird. Devil Razor, danke dir ganz herzlich für den Follow. Vielen lieben Dank. Sorry, dass keine Benachrichtigung kam. Mein Streamlabs spinnt ein bisschen rum. Und BK Waves, danke dir auch ganz herzlich für den Host. Vielen, vielen lieben Dank. B1. Meint ihr? B1. Wieso B1? Devil Razor, herzlich willkommen. Danke dir für den Follow. Sorry. Dass, äh, ja. Mein, nichts kam. Meine Streamlabs, ich weiß nicht. Will heute nicht mit den Follows. Also. A3. A3 ist N jetzt. N. B3. Bist du dir sicher mit B1 klau kommen? B1. C1 wäre W. D2 wäre X. Stimmt nicht. A3 wäre L. L. D3 wäre A. C1 wäre Z. D2 wäre S. Na! Zeit hat gerade nicht mehr gereicht. Fuck! Hallo, ich kann nicht so schnell tippen. Z1. Z1. U. C1 T. D2 O. Ah, Hallöchen, Blaise grüßt. Herzlich Willkommen. Wie geht's dir, Devil Razor? Alles klar bei dir? Nein? Ich versuch mal mit B... Was haben wir gesagt? B4, ne? B4, weil die anderen sind wir uns ziemlich sicher. Ich versuch mal mit B4. Die anderen sind wir uns ja ziemlich sicher. Also A3 ist Y. Ich bin mir einfach nur nicht sicher, ob es mehrfach vorkommt. A3 ist Y. Ah, es hat sich schon geändert. Scheiße, es ändert sich so schnell. Ich mach einfach irgendwas Falsches, das Reset it. Oh, scheiße, schon wieder. So, jetzt. Also, jetzt kann ich wieder von neu anfangen. A3 ist M. M. B4, T. Äh, C1, B. Und D2 ist W. Also, es hat... Aber wieso kam... D-d-d-d? Checkt ihr das jetzt grad? War's jetzt richtig? Wieso? Es kam doch... D-d-d-d, oder? Bim, bim, bim. Es ist gleich so, als wäre es falsch gewesen. B4 war's. Genau. Genau. Also, was ich gemacht habe, ist... Wir haben all die Kombinationen hier gefunden. C1, äh, A3, D2. Und, ähm, da wussten wir, von diesen drei Buchstaben fehlt noch B. Anhand von diesen Zetteln sieht man, dass jeder Buchstabe einmal vorkommt. Da wissen wir, jeder Buchstabe kommt einmal vor. Also, muss das ein B sein. B3. Aber hier steht irgendwie 3 minus 1 und ein Plus. Also, wahrscheinlich ist es 3 plus 1 oder so. Auf jeden Fall, alle Zahlen, die kamen auch einmal vor dann. Und dann war es B4. Ich nehme mal an, vielleicht wegen einem Plus ist es 3 plus 1 oder irgend sowas. Keine... Keine Ahnung. Ah! Obwohl. Hm. Ne. Also, es war einfach die Zahl, die letzte Zahl, die noch übrig war, die nicht doppelt vorkam. Das war alles. Aber, what the fuck. Wieso ist es jetzt dunkel da draußen? He secured the entrance with a cypher. The wires lead inside the house. Kabel führen in das Haus. Müssen wir jetzt den Kabel, die Kabel suchen oder was? Wo die Kabel hinführen? Ich mache hier wieder Licht. Da sehen wir hier ein bisschen mehr. Sehen wir wieder ein bisschen mehr hier. Ja, das kann gut sein, du Merle. Das könnte gut sein, dass beim Dia, wenn du das Dia anmachst, dass dann ein Strich kommt, der hier aus dem Minus ein Plus macht. Ja, B4 bekommst du über den Projektor raus. Ich glaube, der Projektor, du findest was, was aus dem Minus hier ein Plus macht. 3 plus 1. Ich glaube, das ist es. Aber ja. Wir haben es auch ohne geschafft. Wir haben es auch ohne geschafft. Jetzt müssen wir gucken, was mit den Kabeln ist. Er hat gesagt, die Kabel führen ins Haus, aber hier ist nichts wirklich. Liegt oben, glaube ich. Okay, Drogi. Naja, wir müssen das jetzt nicht unbedingt finden. Ah! Wenn ich schon hier bin, schaue ich mal nach, aber wenn wir es nicht finden, dann ist es halt so. Das ist eine Lampe. Also, der Typ weiß bestimmt, dass wir hier waren nachher. Alles, alle, alle Stühle überall verteilt. Okay. Ja, ich finde hier nichts. Ich finde hier echt nichts, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben es auch ohne geschafft. Gute Nacht, Omerle. Danke dir noch einmal für die vielen guten Tipps und Bemerkungen etc. Danke dir. Ganz herzlich. Und gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Hey, ich habe auch gesagt, ein Uhr mache ich Schluss, ne? Spätestens, aller spätestens. Ich bin morgen tot müde. Aber ich denke, wir sind bald am Ende vom Kapitel, deswegen. Also, was müssen wir denn jetzt machen? Na, also. Na, also. Jetzt kann ich in den Keller gehen und mich endlich um dieses Arschloch kümmern. Und dann wollte er in den, ah, hier war noch was. Werfen. Kann man auch wegmachen, aber da ist nicht wirklich irgendwas. In den Keller gehen. Ich dachte, wir müssten hier durch, aber irgendwie sagt er, diese Kabel führen ins Haus. Leda, was bedeutet diese 1 von meinem Namen? Dass du einer der ersten 25 Subscriber gewesen bist. Anscheinend. Einer der ersten 25 Subscriber auf diesem Kanal. Ich glaube, das bedeutet es. Lass mich in den Keller. Ich will in den Keller. Wie komme ich denn jetzt in den Keller? Cinderella, 10. What is with 10? Äh, what the fuck? Lol. Oh Gott, wie beschränkt muss man sein? Ich hätte einfach die Tür aufmachen können. Äh, aber ja. Zu große Herausforderung um diese Zeit für mich. Für diese Zeit müsst ihr mich entschuldigen, okay? Entschuldigt mich. Ich bin, glaube ich, bed ready. Ready für ins Bettlein. Ah, okay. Okay, 10. Thank you, Cinderella. Die ersten 10, also. Noch besser. Wuhu. Okay. Finden wir hier irgendwas Spezielles? Blut? Ich dachte mir noch, der ist tot. Ich hab's mir noch gedacht. Ich war der Dritte. Ich frag nicht. Ja, ich bin mega stolz auf meine Subscriber. Auf meine Subscriber. Wirklich. Ich hab, glaube ich, auch nicht mal gestreamt gehabt. Da hatte ich schon die ersten Subs. Ohne, dass ich überhaupt gestreamt hatte. Das war mega süß. Wirklich. Mega, mega süß. So, also. Ähm. Ich dachte mir noch, dass er tot ist. Ich frag mich einfach so. Laut den Infos, die wir oben gelesen haben, scheint er mehr über die Vergangenheit Bescheid zu wissen. Und ich glaube, das gefällt einer Person nicht. Ich glaub, dass irgendjemand oder irgendwas gefällt's nicht, dass er über das Bescheid weiß oder so. Oder etwas dagegen tun will. Einfach mal reingehen, würde ich sagen. Ja, das ist eine ziemliche Herausforderung, so wie's aussieht. Genau. Der Broman. Der Broman zum Beispiel. Äh. Ja. Ich glaube, deswegen. Vielleicht, weil er, er sagt ja, er weiß über mich nicht Bescheid. Schreibt er in einem Brief, oder? Also, schreibt er ja, er weiß über mich noch nicht Bescheid. Äh. Und er schreibt auch irgendwo, dass er gar nichts Böses will, eigentlich. Dass der Adam, wo wir jetzt spielen, gar nicht gecheckt hat, dass er gar nichts Böses will. Dass er eigentlich was Gutes will in dem Fall. Und vielleicht will er ihn irgendwie schützen, oder so, vor der ganzen Vergangenheit. Auf jeden Fall, er weiß vom Tagebuch Bescheid. Und er weiß, wie wichtig das dieses Tagebuch ist. Er weiß von der Vergangenheit. Und ich glaub, diese Verbindung mit der Vergangenheit könnte ihm das Leben gekostet haben. Denke ich. Er bewegt sich, er bewegt sich, er bewegt sich, er bewegt sich. What? What the fuck? Was war das? Ich hab doch gesagt, ich will schlafen gehen ohne einen Jumpscare. Und da kommt so etwas. Und da kommt so was. What the fuck? What the actual fuck? Ich habe es endlich zur Mine geschafft, doch jemand etwas ist mir gefolgt. Ich bin mir nicht sicher, dass es kein Mensch war. Äh, ich bin mir sicher, dass es kein Mensch war. Es ist mir gelungen, es abzuschütteln, zumindest glaube ich das. Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken. Man hat mir gesagt, dass ich keine Zeit daran verschwenden darf. Trug Bilder nachzustellen. Vater, der Detektiv. Die Mine. Hoffentlich werde ich hier fündig. Ja, was für ein Punkt, um aufzuhören jetzt, ne? Was für ein Ort, um aufzuhören. Ach du heilige Maria. Wow. Okay. Wow, das kam sehr, sehr, sehr unerwartet. Also ich meine, es gab ja sehr viele Jumpscares, etc. Aber das kam jetzt mega unerwartet. Moin, moin. Herzlich willkommen. Vendetta. Ja. Music. So, ich bin gerade wieder da. Ich mache jetzt das Licht an. So. Was für ein Punkt, um aufzuhören. Wahnsinn. So, meine Lieben. Donnerstag Stream. Donnerstag Stream ist schwierig bei mir, weil ich habe am nächsten Tag, habe ich früh Uni. Und zwar muss ich um 6 Uhr aufstehen. Ich habe um 7 Uhr 45, habe ich bereits, muss ich bereits dort sein. Und ich habe etwa eine Stunde Weg. Donnerstag, also am Freitag, muss ich 6 Uhr aus dem Haus. Domek ist gut. Domek ist gut. Sagt man eigentlich Domek oder Domek? Ich glaube, man sagt Domek, oder? Ist gut, ja. Es würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Lordi, fertig. Macht er das? Freshes Hemd, oder? Ja, danke, danke. Danke, danke. Genau, ich fahre dich. Wie geht's dir, Vendetta Music? Alles klar bei dir? Willkommen im Stream. Hallöchen. So, also meine Lieben, wann ich weitermache, das ist die Frage. Ich muss mal kurz schauen, wie mein Stundenplan aussieht. Domek, Domek, aber Domek ist besser. Domek, okay. Eine Sekunde. Meine Vorlesungen sind am... Wann habe ich denn spät? Ich könnte Mittwoch noch einen Stream machen. Obwohl... Mittwoch könnte ich noch einen Stream machen, ja? Könnte ich eigentlich machen. Was meint ihr? Mittwoch? Mittwochabend, dann können wir das Spiel noch fertig spielen. Also, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir sind erst bei Kapitel 8 jetzt. Sechs Kapitel in einer Nacht? Ich denke, eher nicht. Wir haben jetzt zwei Kapitel gemacht. Aber ich finde es cool, dass... Das Spiel gibt was... Gibt was zum Bieten, ne? Mittwoch komme ich erst später nach Hause. Stream. Weil Donnerstag ist schon... Ja. Und ich weiß gar nicht... Nächste Woche habe ich irgendwann Geburtstag. Ich weiß gar nicht, welchen Tag, dass ich nächste Woche Geburtstag habe. Aber ich glaube, wir gehen eh nur am Wochenende dann was essen oder so. Mir wäre es egal. Also später, was heißt für dich später, Glau? Komm. Samstag bin ich halt nicht atom. Ich eben auch nicht, weil wir gehen Abendessen wegen meinem Geburtstag. Ich habe irgendwann mal nächste Woche Geburtstag. 23 Uhr. Ja, es wäre schade halt. Dann, ja. Es wird dann schon um 20 Uhr anfangen. Und ich habe halt... Am Donnerstag habe ich erst am Nachmittag Vorlesung. Das heißt, ich könnte lange machen. Also ich könnte lange im Stream machen. Am Donnerstag. Ja. Äh, was meint ihr? Ich mache wieder ein bisschen Musik rein. Das ist der ganze schöne Abschluss jetzt. Jetzt mache ich das Lied, mit dem wir gestartet haben, wo mir mega gefällt. So. Aber das Spiel wird... Ich bin absolut ohne Witz. Ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Es wird von Mal zu Mal immer besser. Ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht von dem Spiel. Das kostet auf Steam nur 20 Euro. Und trotzdem, es gibt mega viel zu bieten. Also, ich glaube, Resident Evil haben wir in 12 Stunden durchgezockt gehabt. Das habe ich noch lange nicht durchgezockt in dieser Zeit. Und für Resident Evil habe ich viel, viel mehr bezahlt. Macht diese Musik aus, das macht Angst. Es ist eine Horror-Night. Es muss Angst machen. Es muss Angst machen. Und die passt. Mit dem habe ich den Stream schon gestartet. Also, Sir Glauco. Meinst du, 23 Uhr wäre okay, wenn du später dazu... Dazu... Äh... Joinen würdest. Später dazu... Kommen würdest. Wäre das in Ordnung für dich? Dann würde ich schauen, dass ich vielleicht am Mittwoch einen Stream mache. Weil Donnerstag... Ja... Kann ich nicht. Und dann schauen wir dann wegen dem Wochenende. Schauen wir dann weiter. Weil einen Tag danach kommt ja MW raus. Am Freitag also. Ah, Donnerstag, Geburtstag. Am Donnerstag, okay. Und Freitag kommt also MW raus. Stimmt, das ist am 25. Solange der Hex da ist, passt das. Ja, ich würde sagen Mittwoch, ja. Ich würde sagen Mittwoch zocken wir noch an dem Horrorspiel weiter. Dann haben wir noch was zum Stream. Freitag kommt dann MW raus. Freitag könnten wir auch schauen, ob wir einen Stream machen. Mal gucken. So, meine Lieben, was für ein Abschluss von dem Kapitel. Was für ein Abschluss. Ich frage mich ganz ehrlich, also ich habe ja meistens damit gerechnet etc. Das sind viele Sachen, die mich nicht wirklich überrascht haben, wo ich so interessant fand. Aber mit dem habe ich absolut nicht gerechnet, dass der aufsteht. Null. Null damit gerechnet, dass der aufsteht. Das war jetzt wirklich ganz, ganz komisch. So, also ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ich gehe schlafen an die, die noch weiter zocken. Ganz, ganz viel Spaß beim Grind oder was auch immer ihr macht. Viel Erfolg in den Ranked Matches. Und ja, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich schaue mal, ob jemand von der Era.com noch am Streamen ist. Mittwoch gegen 20 Uhr. Dann habe ich am nächsten Tag Spätuni und kann auch ein bisschen länger machen als heute. Ähm, Ära. Komm. Leos Mind. Den habe ich schon ein paar Mal gehostet. Ich glaube, ich gebe es dem Deren Moor. Ich glaube, ich gebe es dem Deren Moor. Der hat nur einen Zuschauer. Komm, wir schicken es zu ihm. Er hat nur einen Zuschauer. Komm, wir geben ihm den Host. Und er spielt GTA. Er freut sich bestimmt. Er hat nur einen Zuschauer. Komm, wir hosten den Deren Moor. GTA kennt ihr euch ja auch sehr gut aus. Die meisten Zuschauer von mir sind ja wegen GTA dazu gejoint bei mir. So, also, grüßt den Deren Moor von mir. Das wird ein lustiger Host. Der hat nur einen Zuschauer. Ach, wie süß. Aller Anfang ist hart, ne? So, also. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Äh, viel Spaß bei GTA. Ich werde mal schlafen. Bye, meine Lieben. Wir sehen uns. Goodbye. Bye. Bye. Bye.